Nachdem wir wissen, dass ihr alle ständig auf der Suche nach XL seid, erwartet euch dieses Mal die extra lange Ausgabe. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um mindestens 45 Minuten. Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Ich wär dann jetzt soweit. Ja, dann mach doch mal. Fang doch mal an. Hallo Margot. Hallo Tschüressika. Ihr war mit SCH. Tschüressika. 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 Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Parker und Schlenske Folge 8. Folge 8. Mit einem Rückblick auf den Monat Mai. Ja, alles neu macht der Mai, sagt man ja auch, ne? Ja, alles neu macht der Mai. Wir müssen vor allen Dingen erst einmal aufräumen. Was wir denn alles im April an Mist erzählt haben. Ach, Margot. Weil wir halt immer so schlecht recherchieren. Und ich bin ja, ich verlasse mich ja da immer auf dich, weil du ja auch eine Rechercheuse bist. Ja. Aber du bist genauso scheiße wie ich beim Recherchieren. Offensichtlich. Und deshalb haben wir dafür jetzt eine neue Rubrik. Und weil beim letzten Mal war es doch sehr, sehr viel, was wir falsch gemacht haben. Und das ist jetzt eine eigene Rubrik. Bitteschön. Die geilsten Stellungen. Die Richtigstellungen. Fangen wir gleich an, ja? Wir fangen gleich mal an. Und zwar, wir haben von diversen Leuten, ich kann gar nicht aussehen, von wie vielen Leuten haben wir die Korrektur bekommen. Weil Tschernobyl liegt natürlich nicht in Weißrussland an der Grenze zur Ukraine, sondern liegt in der Ukraine an der Grenze zu Weißrussland. Ja. Aber das mit dem Weißrussland war mir gar nicht bewusst, dass du das gesagt hast. Weil ich habe das immer einfach nur in Russland verortet. Ach so, du hast es in Russland verortet? Ja, ja. Nee, also noch sind Russland und Belarus heißt das ja eigentlich doch schon zwei verschiedene Länder. Ja, das weiß ich schon, Margot. Aber ich dachte halt wirklich, dass Tschernobyl halt in Russland lag. Nee, nein. Es lag damals in der UdSSR. Ja. Und ich glaube, später, glaube ich, gehört es auch noch zu den Gussstaaten, die GUS. Die gab es auch mal, stimmt. Die gab es auch mal für zwölf Monate oder so. Und dann fiel ja alles da völlig auseinander. Das war das Erste, was wir falsch gemacht haben. Und das Zweite, das geht definitiv auf meine Kappe. Also ich habe Spargel, ja, das Leibgericht der Deutschen schlechthin als Wurzelgemüse bezeichnet. Und das ist natürlich auch völlig falsch. Ja. Das ist nämlich der Trieb der Spargelpflanze und keine und nicht die Wurzel. Weil was ist denn ein Trieb der Pflanze? Ja, ein Trieb ist genau der Beginn, wo aus dem dann später was dann rauskommt aus der Erde. Weißt du? Ach so. Der Trieb, also das Erste, was da rausschießt. Und ich glaube, ich glaube, wenn Spargel die Erdoberfläche durchbricht und Sonnenlicht drankommt, dann wird er bitter. Ich glaube, so war das. Das wäre wieder halbwissen, Margot. Ja, ja, genau. Also Spargel ist nicht so mein Ding. Genau. Also es ist jedenfalls nicht die Wurzel, weil Wurzel ist ja das, was dann so in diese Erdoberfläche sich da reinbohrt und die Nährstoffe rausholt. Das ist halt nicht der Punkt. Gut. Ja, und dann gab es noch etwas. Ja. Und das war ich auch. Ich habe das Lied, er war gerade 18 Jahre, der lieben Milwa angedichtet und das ist natürlich auch völlig verkehrt, denn das Lied ist von Dalida. Na sag mal. Ja, Mensch. Margot, was war mit dir los? Ja, ich war völlig irritiert und durcheinander unter drei Fehlern in einem Podcast, wobei das mit Weißrussland hast du ja gemeinsam mit mir verbockt. Also du hast ja völlig woanders hingeparkt. Ja, meine Güte. Ja. So ist so. Wir kommen halt aus dem guten alten West Berlin und da war es halt wirklich so, dass Russland direkt am Brandenburger Tor angefangen hat. Genau. Und mehr war eigentlich nicht. Da war dann gleich Russland, das stimmt. Und irgendwann hinten gab es dann Japan. Ja. Und dazwischen gab es eigentlich nur Russland. Ja, das stimmt. Wir haben auch selten UDSSR gesagt, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben Russland gesagt. Ja, ja. Das war wirklich ganz schrecklich eigentlich, wie dumm wir doch sind. Nein, wir sind wir nicht, Margot. Wir sind super mega schlau. Ja. Hast du denn irgendwelche Richtigstellungen? Nö. Nein. Aber ich habe ein Telegramm bekommen, Margot. Das wollte ich dir unbedingt erzählen. Also auf Telegramm hast du was bekommen? Nein, eben nicht. Und zwar ein richtiges physisches Telegramm. Ein echtes? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Ich wollte gerade sagen. Also ich komme ins BKA-Theater und Uwe Berger, die Intendanz, webelt mit diesem Telegramm vor meiner Nase und sagt so, guck mal, du hast ein Telegramm bekommen. Und es ist wirklich auch mit so, also es ist halt ein Umschlag, das macht man auf und das ist halt so Fanpost von einem Fan. Und da habe ich mal recherchiert, also der Dienst heißt telegrammdirekt.de und da kostet ein Telegramm innerhalb Deutschlands 7,90 Euro. Wahnsinn, oder? Ach ja. Wie teuer sowas ist. Ja. Jetzt frage ich mich, wer schickt denn bitte, außer jetzt wenn Leute sich einen Witz machen wie der Fanling, wer schickt denn bitte heutzutage Telegramme? Ja, das weiß ich auch nicht. Also heute ist doch per WhatsApp, SMS ist doch alles wesentlich schneller auch. Was war denn der Inhalt dieses Telegramms? Ja, dass, naja, dass dieser Mensch halt unsere Show so toll findet von der Weinhaus und mir und dass wir immer, wir sagen in der Show ja immer, dass wir gerne einen Fax erhalten und er dachte sich halt, jetzt ein Telegramm ist halt noch cooler. Es schreiben ja auch Leute tatsächlich Faxe dann während unserer Show ins BKA-Theater. Wir haben die Faxe nun auch immer eingeblendet und das macht auch sehr viel Freude. Oh Gott, Fax? Ich dachte ehrlich gesagt, Apotheker und Ärzte sind die Letzten, die noch Faxe offiziell benutzen. Ja, und Rechtsanwältinnen auch sehr gerne. Ja, das ist wichtig. Ja, genau, genau. So, und dann habe ich noch, Margot, ich habe es diesen Menschen versprochen. Ja, bitte. Und zwar ein David auf Instagram. Das ist, glaube ich, nicht dein Ehemensch. Nein. Der belagert mich jetzt schon seit mehreren Wochen damit, dass ich dir mal eine Frage stellen soll, weil er freut sich so sehr. Stell mir mal eine Frage. Und zwar, du hast ja irgendwann mal in einem Podcast über die Größe deines Penis gesprochen und wie groß dein Penis sei. Und er hat jetzt die Frage, ob dein Penis oder deine dicken Fleischwaden größer sind. Ich habe es einfach jetzt wirklich so weitergeleitet, wie ich die Frage bekommen habe. Oh weia. Und wieder sind wir als explizit eingestuft worden als Podcast an dieser Stelle. Also wahrhaftig, ich gelte ja in der Travestie als Dreibein. Ja, von wusste ich noch nichts. Da musst du erstmal runterschlucken, sonst spuckst du jetzt alles ins Telefon rein. Na, das nimmt sich nicht. Ich habe zwei kräftige Beine und ein drittes, noch kräftigeres Bein. Margot, also wirklich, du Tier. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin Hengst, sage ich dir. Eine Hengststute. Hengststute. Apropos Hengststufe, da fangen wir doch mal an. Danke, Merkel. Das war eine schöne Überleitung, Margot. Süß. Wir haben jetzt auch eine neue Rubrik, ne? Wir haben jetzt eine neue Rubrik. Wir haben jetzt Danke, Merkel. Ja, nee, aber wir haben ja auch eine Überleitungsrubrik, eine neue, die wir so als Auszeichnung. Da kriegst du gleich mal die Auszeichnung. War das jetzt die Auszeichnung? Okay, dann lassen wir ganz kurz den Jingle für die wunderbare, perfekte Überleitung eindudeln. Der Preis für die beste Überleitung des Monats geht an Margot Schlönske. Also herzlichen Glückwunsch, Margot. Ach, Dankeschön. Habe ich es so schnell geschafft, hätte ich gar nicht gedacht. Wahnsinn. Aber wer weiß, du kannst ja auch noch. Ich kann auch noch. Du kannst auch noch. Ich bin ja auch die Königin der Überleitungen, weißt du ja. Ja, absolut. So, dann fang mal an mit der BVG mal wieder. Nicht die BVG, sondern das BVG. Das Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung gekippt, weil es in Teilen verfassungswidrig ist. Ja. Genau. Das Bundesverfassungsgericht, das macht immer mehr Politik, habe ich das Gefühl, so in der letzten Zeit. Naja, das ist eigentlich relativ typisch mittlerweile, seitdem wir, glaube ich, die Union mit an der Macht haben, entscheidet immer das BVG. Ich habe manchmal das Gefühl, die Union verwaltet Deutschland eigentlich nur und wenn du was politisch durchsetzen willst, musst du klagen. Auf Schaffungsgericht dann machen. Also wirklich so Gesetzesentwürfe, die progressiv sind, kommen da irgendwie nicht so richtig. Also der Punkt ist halt, dass die CO2-Einsparungen in Deutschland damit ja festgelegt sind. Also sie haben sich ein Klimaziel gesetzt bis 2030 und darüber hinaus. Allerdings hat der Gesetzgeber nur für die nächsten Jahre de facto Ziele vorgegeben, wie viel CO2 eingespart werden soll und hat damit einen unverhältnismäßig großen Teil auf den zweiten Zeitabschnitt verschoben und lässt es völlig offen, wie das dort denn geklärt werden soll. Ja, das ist aber eigentlich auch normal. Also wir sparen jetzt praktisch für die nächsten zehn Jahre erstmal zwei Prozent ein und die restlichen 98 Prozent. Da muss dann halt die spätere Bundesregierung mal gucken, was sie dann in acht Monaten hinkriegt. So ungefähr kann man sich das übertrieben vorstellen. Da hat das Bundesverfassungsgericht, nee, also so geht es nun auch nicht. Und dann stellen sich doch beide hin. Sowohl der Olaf Scholz als auch der Wirtschaftsminister Altmaier, beide stellen sich hin, dass das ein tolles Ergebnis ist. Ja, das stimmt. Also wirklich, sag mal. Ja, das sind die Werte unseres Rechtssystems und die Bundesrepublik Deutschland war ja schon immer groß dabei und es ist großartig, dass das Verfassungsgericht jetzt so entschieden hat. Also was für eine Verarsche, ehrlich gesagt. Also entschuldige mal. Ich muss mal kurz einen Pulli ausziehen, er ist schon wieder wahnsinnig. Oh, Jessica zieht sich wieder aus. Und dazu passt auch der nächste Einspieler an dieser Stelle. Der Aufreger des Monats. So, ich bin wieder da. Ja, und das war der Aufreger des Monats, dass sich Jessica aussieht. Nein, nicht ganz. Aber fast. Die CDU in Thüringen hat Hans-Georg Maaßen zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Was sagst du dazu? Das ist der mit der ganz, ganz kleinen Mini-Brille, richtig? Ja, ja. Na ja, ich meine, der ist ja als Chef von BND war der, oder? Der war Chef des Verfassungsschutzes. Verfassungsschutz, okay. Sag doch mal Verfassungsschutz. Verfassungsschutz. Das war schön, ja. Ich meine, der ist ja noch rausgeflogen, weil er so rechtspopulistische Dinge gesagt hat, richtig? Naja, also so gesagt, also er hat auf jeden Fall damals bei dieser Hetzjagd, damals hat er gesagt, er sieht ja keine Hetzjagd, hat damit auch keine Probleme gehabt und hat, ich sag mal, er hat sehr merkwürdige Ansichten schon gehabt, die definitiv mit dem, mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz nicht ganz so übereinzubringen waren. Das war ein komplizierter Satz. Das ist ja schön gesagt. Jetzt stellt die CDU den auf. Also in der AfD hätte ich nichts anderes erwartet. Ja, aber CDU Thüringen, ich glaube, die haben halt auch Probleme einfach gegen die AfD anzustinken dort und die versuchen jetzt irgendwie noch so ihre Wahl zu retten damit. Meinst du nicht? Ja, ich weiß nicht, ob die CDU Probleme hat in Thüringen ganz allgemein. Ich glaube, es ist so ein Problem, dass man Thüringen ganz allgemein irgendwie sich zum Problem gemacht hat seitens der westlichen Politik, weil wenn du mal guckst, wer da überall im Verfassungsschutz über all die Jahre hinweg war, wer über all die Jahre hinweg Ministerpräsident dort war, das waren ja meistens irgendwelche rechtskonservativen, mindestens rechtskonservativen aus Westdeutschland, die dort den Ton angegeben haben. Ja, auch so, ja, verstehe. Die haben im Endeffekt den Grundstein gelegt. Übrigens, ein bisschen rechts sein ist ja alles gar kein Problem. Das ernten wir jetzt. Und der Friedrich Merz, der ist doch auch umwärts verortet, ne? Ja, der Friedrich Merz soll ja jetzt irgendwie in das Kabinett von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von Laschet. Nein, 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 aber der war doch, ach, jetzt kommt wieder das gefährliche Halbwissen. Ja, bitteschön, ja, wir haben eine Kategorie, in der wir das nächste Monat wiederkommen. Nein, ich habe das neulich irgendwo in Nachrichten gesehen, dass sie den Merz in irgendeinem ostdeutschen Bundesland auch als Spitzenkandidatin haben würden. Die haben den irgendwo als Direktkandidat aufgestellt. Ja, Direktkandidat, genau, ja. Die haben den als Direktkandidat irgendwo aufgestellt, genau, wo der auch eigentlich gar nichts zu suchen hat, aber ich müsste jetzt nachgucken. Das könnt ihr selber auch googeln, dann ersparen wir uns das, falls es euch interessiert, aber es ist eigentlich auch nicht weiter wichtig. Nee, aber wir bleiben einfach mal bei diesen komischen, obskuren Politikern, wo man immer gedacht hat, ach so, ich dachte, der ist doch eigentlich Berlin-Grün, warum sagt der jetzt so komische Dinge? Ja. Boris Palmer. Boris Palmer. Ja. Ist der wirklich schon rausgeschmissen jetzt, ja? Sie sind dabei, den jetzt rauszuschmeißen. Das Parteiengesetz ist ja auch kompliziert, du kannst nicht so ohne weiteres jemanden rausschmeißen aus einer Partei, das ist schon durchaus komplizierter, aber sie wollen das Verfahren jetzt eröffnen, ihn rauszuschmeißen. Ich könnte mir vorstellen, dass er dem Verfahren zu einem gewissen Zeitpunkt zuvor kommt und sagt, ich gehe freiwillig und vielleicht macht er auch seine eigene Partei dann auf. Er kann das, er war ja auch gleich, dann ist die Versenkung verschwunden, ganz ehrlich. Nee, er ist Thüringer Bürgermeister und die Thüringer sind ja sehr, sehr zufrieden mit ihm als Bürgermeister und als Bürgermeister scheint er auch keine so dumme Politik zu machen in weiten Teilen, aber er sagt halt so merkwürdige Dinge damals. Das fängt nämlich an mit dem Bild von der Deutschen Bahn, die hat glaube ich vier oder fünf bahnfahrende Menschen gezeigt und das waren halt Menschen, die zu einem großen Teil auch offensichtlich Migrationshintergrund hatten und dann hat er gesagt, ich frage mich in welcher Gesellschaft das deutsche Bürger sein sollen. Genau das, damit fing das an. Also das Originalzitat habe ich jetzt auch nicht parat. In diese Richtung ging es los und seitdem kennen wir den Thüringer Bürgermeister. Aber ich frage mich doch, also so ein Politiker an sich, ich meine dem muss doch klar sein, was er mit solchen Postings auslöst in der Medienlandschaft und im Echo auch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es gerade gesagt, Thüringer Bürgermeister. Ja, das war falsch. Tübinger, Tübinger Bürgermeister. Das kann ich nicht sagen, Margot. Nein, nein, das muss man, das muss man noch korrigieren. Noch können wir das machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der weiß sehr wohl, was er damit ausrichtet. Aber warum macht der sowas? Marketing. 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 Also so nach dem Motto, schlechte Presse ist auch Presse. Schlechte Presse ist auch Presse. Natürlich, er ist wieder in den Medien drin und darüber kann er auch ein bisschen über solche Sätze natürlich auch im gewissen, so im rechten Rand, dann ein paar Stimmen wieder für sich angeln. Bei den Grünen. So ein paar, nee, so ein paar Rechte, so ein paar Rechte, die halt sagen von wegen, naja, ich finde die Grünen eigentlich total schlimm, das mit dem Gender-Kram ist ja fürchterlich, aber ein bisschen Umweltschutz ist nicht verkehrt, geht ja um unsere deutsche Heimat. Ah, verstehe, da wird jetzt ein Schuh draus. Ja, vermute ich mal, weißt du, und dann so ein paar, so ein Nazi-Leid, die wählen ihn dann, dann sind sie halt grün. Aber ich verstehe, was du meinst, aber ich finde das trotzdem obskur einfach, weil wenn du in den Grünen drin bist, ich würde sagen, es verbietet sich von selbst einfach rechtspopulistische Dinge zu äußern. Ja, natürlich. Also das finde ich ganz absurd. Alles, was einigermaßen national ist, wird bei den Grünen gestrichen, wie zum Beispiel beim aktuellen Parteiprogramm. Oh Gott. Ich sehe schon, also wir machen heute eine Strichliste mit den Überleitungen. Du wirst heute Haus hochgewinnen. Ich werde heute die Überleitung grünen. Ja, ja. Die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm nämlich ein Wort gestrichen, und zwar? Deutschland. Deutschland. Das habe ich nicht mitbekommen und ich verstehe auch nicht genau, worum es da genau geht, weil man kann auch kein Wahlprogramm machen, ohne dass man das Wort Deutschland drin auftaucht. Machen sie auch nicht. Ach so. Sie haben es nur aus der Überschrift gestrichen. Die Überschrift war Deutschland, alles drin, und jetzt haben sie nur alles drin. Ach so. Ach, verstehe. Okay. Vielleicht wollten sie sich einfach abheben von dem Claim von der AfD mit Deutschland, aber normal? Das kann sein. Könnte aber auch sein, dass sie sagen, von wegen unser Parteiprogramm ist ja durchaus ein bisschen mehr als nur deutschnationales Parteiprogramm. Man geht ja auch in die EU damit hinein mit gewissen Forderungen. Und man macht ja auch globale, internationale Politik. Ja. Und da kann man halt schlecht Deutschland draufschreiben. Verstehe. Na gut. Also nächstes Mal holen wir uns einfach Frau Baerbock mit hier in den Podcast und dann fragen wir die einfach mal. Die können wir ins Kreuzverhör. Die können wir so etliches fragen. Zum Beispiel auch. Kurzflüge? Kurzflüge. Kurzflüge. Das habe ich nicht mitbekommen, Margot, mit den Kurzflügen. Aber was kriegst du denn überhaupt mit? Ich bekomme ganz viel anderes noch mit, aber mit den Kurzflügen habe ich nicht mitbekommen, Margot. Also das war auch ein großer Skandal. Die Grünen wollen ja angeblich die Kurzflüge in Anführungsstrichen verbieten. In Deutschland. In Deutschland, ja. Auch das stimmt so nicht. Sie haben gesagt, sie wollen Alternativen zu Kurzflügen schaffen und Kurzflüge obsolet, also überflüssig machen. Das habe ich dann doch gehört, ja natürlich. Ja, natürlich, weil es geht halt nicht, dass man für 19 Euro zum Beispiel nach Mallorca fliegen kann. Ja. Ist schon mal schwierig und innerdeutsch halt so von München nach Berlin fliegen muss. Das kann man auch mit der Bahn. Das ist halt, finde ich, ich finde das einen guten Anreiz, weil das sage ich ja auch immer, man kann ja Dinge verbieten, aber man muss auch und dann im Gegenzug muss man halt auch einen Anreiz schaffen, es anders lösen zu können. Und das finde ich gut so, aber überleg dir mal, ich meine, bei der Bahn werden ständig Strecken stillgelegt und Züge aus dem Verkehr genommen und wir müssen ja die ganze Infrastruktur ja erstmal so richtig aufpeppen, damit das überhaupt irgendwie möglich wäre. Da habe ich gute Nachrichten, weil es gibt jetzt auch im Zuge von Corona und so weiter gibt es ein paar extra Milliarden für das Bundesverkehrsministerium, für die Deutsche Bahn, damit sie ihr Streckennetz wieder ausbessern, ausbauen, vergrößern, weil sie festgestellt haben in der Politik, macht doch Sinn, eine umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug zu haben und deshalb haben sie, ich glaube, ein oder zwei Milliarden, nee, noch mehr sogar, ich müsste auch mal googeln, wie viel an das Verkehrsministerium gegeben und jetzt hat das ganze Geld an die Scheuer. Okay, na dann kommen bald Flugtaxis wieder. Flugtaxis. Nee, aber Margot, aber weil das ist jetzt auch wieder so typisch, der Aktionismus, Sondergleichen, ich meine, man weiß ja vielleicht auch schon ein bisschen länger als drei, vier Jahre, dass ein Klimawandel existiert, dass Kurzstreckenflüge vielleicht gar nicht so toll sind und man weiß auch schon länger, dass die ganze Bahn, das ganze Bahndingens halt einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist, was halt Kürzungen anbelangt. Das weiß man doch schon ganz lange. Das weiß man schon sehr lange, aber das ist in gewissen politischen Kreisen, war Umweltschutz bis vor zwei, drei Jahren echt noch kein Thema und jetzt muss man auch mal sagen, Fridays for Future hat dieses Thema sehr massiv und sehr penetrant in die Medien reingebracht und damit auch in die Gesellschaft hineingetragen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ja noch diverse, ich sage jetzt mal insbesondere Unions- und FDP-Politiker, die ja das Ganze abgelehnt haben. Also die FDP beispielsweise, die gesagt hat, man möge das doch den Profis überlassen. Was hat das mit der FDP zu tun, muss man sich fragen, die sich wirklich über Jahrzehnte hinweg dieser Politik oder diesem Problem verweigert haben. Sie haben es nicht nur gestellt, sie haben es ignoriert. Ich denke halt auch einfach mal jetzt, das ist natürlich jetzt auch wieder ins Blaue hineingesprochen, aber ich meine, wenn du dir mal irgendwie ein paar Dokus anguckst, wie tiefer wurzelt halt einfach Lobbyarbeit in Deutschland der Politik halt ist, da tun sich ja wirklich Abgründe auf und vielleicht war einfach auch die Flugzeuglobby halt einfach auch sehr groß und sehr stark. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Lufthansa hat die 9 Milliarden bekommen, weil sie einfach ein sympathisches Unternehmen ist. Ja Margot, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, du hast recht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sage ja immer, ich weiß nicht, ob du das in einem Podcast schon mal gesagt habe, aber du bist ja auf der sicheren Seite in Deutschland, wenn du in der Autoindustrie für das DFB und für die Spargelindustrie arbeite, weil da darfst du dir alles erlauben. Stimmt eigentlich, Dumpinglöhne, super, klasse, das ist eigentlich in das Geschäftsmodell schmicht hin. Ja, ich mache jetzt einen Fußballclub auf. Ich mache jetzt Spargeltravesti. Spargeltravesti, sehr gerne. Der erste FC Spargel, den nennen wir das mit eigener Fluggesellschaft, freue ich mich und dann haben jetzt katholische Priester angefangen, queere Pärchen zu segnen gegen die Vorgabe aus dem Vatikan. Gegen die Vorgabe und sie haben sie schlichtweg ignoriert. Das finde ich tatsächlich großartig. Das finde ich fantastisch. Ja und also da, ich gebe ja immer so ein bisschen auf bei der katholischen Kirche und denke immer so Facepalm, Facepalm und finde das ganz toll, auch mal so eine News zu hören, dass sie einfach, dass sie halt einfach katholische Priester darüber hinwegsetzen einfach. Das ist großartig. Ich finde, das ist eine geniale Revolte von unten und so etwas braucht die katholische Kirche offensichtlich. Es funktioniert nicht anders, man kann jetzt nur hoffen, dass es nicht zu einer Abspaltung wieder von Kirchen kommt, das wird dann immer schwierig und endet mal zu einem 30-jährigen Kriegen oder sowas. Aber muss jetzt ja nicht sein, aber einfach jetzt mal Revolte von unten gegen den Papst finde ich super vernünftig an der Stelle. Man möchte auch kein Papst sein müssen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist mir auch mal wieder aufgefallen neulich. Weißt du, was so ein Papst verdient? Verdient der überhaupt was? Nein. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Ja gut, der hat ja alles. Ich meine, was soll der denn verdienen? Entschuldigung mal bitte. Und wofür? Sind wir wieder bei den roten Prater-Schuhchen. Er vererbt ja auch nichts. Das stimmt. Mensch, das ist auch wirklich eine biologische Sackgasse, der Papst. Ja, und da hofft man ja ehrlich gesagt, eigentlich genetisch gesehen müsste es sich ja eigentlich dann irgendwie selbst erledigen, das Problem. Aber seit 2000 Jahren. Ja, wobei, das Zölibat gab es ja nicht schon immer, das wurde ja erst unter, egal. Also, erst später eingeführt, lange Zeit hatten ja katholische Päpste, Päpste sind immer katholisch, ne? Ja, hatten ja Päpste auch Frauen gehabt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja, mehr als nur eine. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Da ging es schon flott her. Ja, genau, genau. Aber, ganz anders, Japan beispielsweise, da hat sich ein buddhistischer Mönch getraut, Homo-Pärchen zu trauen. Und jetzt muss man wissen, Japan ist eine erzkonservative Gesellschaft. Ist wirklich wahnsinnig konservativ. Homo-Ehe dort überhaupt gesetzlich einzuführen, ist praktisch undenkbar für die Gesellschaft. Und jetzt hat sich dieser buddhistische Mönch hingestellt und hat einfach Homo-Pärchen getraut. Das ist ein Riesenskandal dort. Ja, das glaube ich dir. Denn dort ist es ja eigentlich so, wenn so zwei Pärchen, nein, wenn sich ein Pärchen, also zwei Menschen, wenn die zusammenleben wollen, ist es gerne mal Tradition, dass der eine oder die eine, die zweite Person einfach adoptiert. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Es hat natürlich irgendwie einen komischen Beigeschmack, finde ich. Ja. Mit deinem Sohn wummst, ja. Aber es ist ja nur auf dem Papier so der Fall. Jetzt so gesehen ja auch schwierig. Aber schön, dass es diese kreative Lösung gibt. Ist in Deutschland, sind in Deutschland mal Leute auf diesen Gedanken gekommen, Leute zu adoptieren? Nee, das machen aber gerne halt nur diese komischen Fake-Adligen. Ja, das ist wohl wahr. So, ja. Die von Anhalts und so, die machen das ja gerne. Ach ja, die ist dann auch trotzdem nur zu RTL und Sat.1 in irgendwelche katastrophalen Shows schaffen. Na gut, so viel da zuerst einmal. Und zwar, wir haben noch nie über ihn gesprochen, aber wir reden jetzt mal über den thailändischen König. Ja, wie heißt denn der? Der heißt, tatsächlich wusste ich bis zur Recherche von diesem Podcast nicht, wie der heißt. Man kennt ihn nur. Und der hat einen sehr komplizierten Namen. Erzähl mal. Der heißt Maha Vajiralongkorn. Maha Vajiralongkorn. Wusste ich auch nicht. Und das ist der, liebe Zuhörerlinge, die, ihr habt bestimmt schon von dem gehört, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer es ist, weil das ist der, der gerne in Deutschland, ich glaube am Starnberger See wohnt der, glaube ich, gerne oder am Bodensee, weil irgendwo da in Bayern, ist der Bodensee in Bayern, Teile von ihm, ja genau, Teile von ihm. Du kennst den aber auch, den thailändischen König. Na, ich kannte seinen Vorgänger. Er ist ja erst seit 2016 jetzt König. Du hast gar keine Ahnung, über wen ich spreche. Na, ich habe mir ein Bild natürlich herausgefunden. Sein Vater war ja Ewigkeiten thailändischer König. Der ist ja, der ist ja gefühlt ist Jahrhundert geworden, als er gestorben ist, brach auch wirklich die Katastrophe aus in Thailand. Ich weiß allerdings schon, von wem du sprichst. Ja, und der ist ja, der ist ja dadurch auch bei Frauke Ludowig ja auch in die Presse gekommen, weil der halt in Deutschland gerne oben ohne rumläuft. Also der ist ja auch bauchfrei shoppen gegangen und so und ist halt in so knappen sexy Höschen. Und halt wie so ein, eigentlich war er immer angezogen wie halt so eine kalifornische Fitness-Sexarbeiterin. So, ja. Also ganz absurd, weil das ja in Thailand überhaupt nicht ginge, dass er so rumläuft. Und hier hat er sich halt gerne übernommen wie halt so die letzte Sau halt so. Ja, toll. Und in Thailand ist es ja auch hochproblematisch, weil der Typ halt absolut demokratiefeindlich ist. Und es ist keine schöne Situation dort mit diesem König. Und der ist auch ein bisschen verrückt, liebe Margot. Ja, bitte. Und das stimmt wirklich. Das ist kein Gerücht. Er hat seinen Pudel, weil er ist großer Pudel-Fan, habe ich noch nicht gelesen. Und er hat seinen Pudel zum Chief Air Marshal in der thailändischen Luftwaffe gemacht. Und er muss sie doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder? Ich meine, den kann man doch nicht ernst nehmen, den Mann. Das heißt, dieser Pudel kann jetzt bestimmen, wann die Luftwaffe eingesetzt wird? Ja, da muss man noch hundisch dann sprechen können, aber weiß man nicht. Ein falsches Bellen und mal eben wird der Krieg ausgebaut. Ja, genau. Also das finde ich so absurd. Und dann ist, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, also die ganze Familienstrukturen. Er hat ja zwei Frauen. Die eine ist aber verschwunden jetzt und niemand weiß, ob sie noch lebt oder nicht. Und man munkelt, dass er die hat halt umbringen lassen und hat jetzt seine neue Frau. Und er ist auch zwischenzeitlich irgendwie verschwunden, weil halt auch viele im Land halt gegen ihn sind. Und man hat schon gemungelt, dass der halt auch einfach gelüncht worden ist, heilig und so. Er ist aber schon zum vierten Mal irgendwie verheiratet mittlerweile. Okay, dann ist er schon zum vierten Mal verheiratet. Aber dass er jetzt parallel mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet ist, von dem eine weg ist, das wusste ich nicht. Ja, das ist so. Also das ist hochinteressant. Aber da denkst du dir auch, das sind ja wirklich mafiöse Begebenheiten. Das ist ja so ein bisschen so, als würde bei uns Rudolf Mooshammer seinen Hund, der ich sehe, zur Oberherrin über die Luftwaffe erkennbar. Und der Hund hat ja auch, was hast du mir erzählt, der hat irgendwie, der hat ja Eigentum, oder? Der Hund hat Eigentum. Hast du mir erzählt, von 60 Millionen irgendwie was da irgendwie? Achso, nee, nicht der Hund. Achso, Entschuldigung. Der Hund, das Vermögen von dem König wird aus 60 Milliarden geschätzt. Achso. Also der könnte halt auch vielleicht dann die Lufthansa nochmal unterstützen. 60 Milliarden. Ich glaube, Elon Musk hat, glaube ich, ist im dreistelligen Milliardenbereich, glaube ich. Ach echt? Ja. Woher hat der eigentlich sein Geld? Tja, von Tesla. Nein, ich höre immer nur, dass der Geld in Projekte steckt, die eigentlich wirtschaftlich eine Katastrophe sind. Ja. Er kann das Geld offensichtlich gar nicht so schnell ausgeben, wie er es einnimmt. Also ich habe mal eine Doku über ihn gesehen, er kommt wohl aus sehr gut situierten Verhältnissen tatsächlich. Ja, vielleicht ist da auch einfach Familiengeld mit dabei, man weiß es nicht. Aber gut. Aber er weiß, das Geld sinnvoll einzubringen. Es gab ja andere, so US-Präsidenten, die auch viel Geld hatten und die wussten, das Geld nicht sonderlich sinnvoll einzubringen. Das war dann eher gefährlich. Okay, super. Hast du wieder was gelernt, Margot? Habe ich was gelernt. Ich bin total begeistert. Ich wollte ablenken noch auf das nächste Thema, auf Telegram nämlich. Ja. Was machst du denn jetzt? Ich esse jetzt einen Schokobong. Die stehen hier immer so schön. Du, Margot, hast du dir eigentlich hier die Schokobongs? Das wollte ich schon immer mal erzählen. Diese Schokobongs nämlich waren in meinem Schoko-Adventskalender das 24. Türchen. Ach, das ist ja süß gestaltet, Margot. Ja, das fand ich auch toll, genau. Und das Tolle ist, ich habe bisher noch keinen einzigen dieser Bonbons gegessen. Ich lasse die Packung immer nur für Jurassic-East stehen. Also im halben Jahr habe ich sie alle. Ich habe dir noch was stehen lassen dort. Du, ich habe letztes Mal irgendwie meinen Deichgel vergessen, Margot. Das tut mir echt leid. Ja, schade aber auch. Ich nehme es heute mal mit. Mach das mal. Das wunderbare Gleitgel in dem Aroma, was war es nochmal? Das ist nämlich gerade verschluckt, in dem Schokobong war das. Verschluckter Schokobong war das auch nochmal. Ich fange an weiter zu erzählen. Bitte räuspere dich, es ist in Ordnung. Also Telegram läuft ja gerade richtig heiß. Da geht nämlich die Nachricht rum, die Bundestagswahl sei gefakt. Das Ergebnis stünde schon fest. Das sind jetzt wirklich, das nimmt so jetzt Züge an, so wie die Trump-Unterstützer in Amerika. Halt so, dass halt einfach so völlig abstruse Behauptungen aufgestellt werden. Und das hat so eine breite Masse erreicht auf Telegram. Und das macht mir Sorge. Mir macht es also, dass sich das verbreitet. Das macht mir weniger Sorge. Mir macht es eher Sorge, dass die Leute das glauben. Das ist mein... Naja, aber da sind wir schon wieder beim Kindergesicht essen und so. Angelang wird, so sieht es aus. Extremismusforscher haben ja auch schon gesagt, sie befürchten, dass diese Bundestagswahl insbesondere für weibliche und auch grüne Politiker und natürlich auch grüne PolitikerInnen sehr gefährlich werden wird. Weil der Netzhass verlagert sich langsam und schleichend ins reelle Leben. Ja, habe ich neulich auch auf Radio 1 einen Experten davon gehört. Und also er meint, die Situation ist brenzlig, weil er halt mittlerweile öfter davon hört, dass halt wirklich PolitikerInnen angegriffen werden. Und das halt besonders halt Frauen. Also da ist der rechte Frauenhass sehr groß und der Hass halt auf linke Politiker. Richtig, genau. Und grün sowieso. Grün ist ja das neue Links aus deren Sicht. Und grün und Umweltbewegung, das wird die neue Verschwörungstheorie übrigens. Achso. Ja, ja, ja. Nachdem das mit der Islamisierung und mit der Unterwanderung und dem Volksaustausch ja nicht geklappt hat. Nicht geklappt, ja. Nee, genau. Schade. Und mit Corona sollte ja auch das Wirtschaftssystem in Deutschland ausgetauscht werden. Der Sozialismus sollte eingeführt werden. Auch das hat ja alles irgendwie nicht geklappt. Schade. Und jetzt will die Bundesregierung vermeintlich das über eine grüne Umweltpolitik erreichen. Ja. Ja, das ist also das neue. Das ist glaube ich, das ist der neue Mechanismus. Egal was in Deutschland politisch irgendwie gerade ansteht, was gemacht werden muss. Du benutzt das einfach und sagst, das wird nur gemacht, um damit den Sozialismus in Deutschland wieder einzuführen. Das ist ja auch, ich meine, das war ja wirklich jahrzehntelang in Amerika so, das fing auch in Hollywood an, dass halt AutorInnen halt als Kommunisten geoutet wurden, was überhaupt nicht der Fall war. Als Kommunist war halt gleich kriminell so, ja. Berühmtes Beispiel Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ja. Der nachweislich niemals Kommunist war und der wurde als jüdischer Kommunist verschrien und er war auch nicht jüdisch übrigens und er hat keinen Job mehr bekommen dort und er hat auch nichts mehr gemacht. Er hat ja dann selber noch die United Artists gegründet, ne? Er hat auch eine Produktionsfirma gegründet, das ist richtig, ja, aber er selber hat keine Filme mehr gemacht. Er hat dann das sofort eingestellt und deshalb findest du auch von ihm, ich meine, der hatte bis 1976, glaube ich, hat er ja gelebt oder 78, also relativ lange noch. Man denkt ja immer so, so ein Schwarz-Weiß-Star, der dann halt irgendwann in den 40er Jahren gestorben ist. Nein, 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 nein. Der hat noch ziemlich lange gelebt und hat ja auch selber keine Filme mehr gemacht. Ich habe neulich so ein schönes Meme auf Facebook gesehen. Ja, liebe Zuhörerlinge, ich bin noch auf Facebook, ich bin steinalt, ich weiß. Und zwar ein schönes Meme von dem Treffen zwischen Charlie Chaplin und Albert Einstein. Und das ist ein überlieferter Dialog, ich weiß nicht, ob es stimmt oder sich das jemand ausgedacht hat, aber ich kann es mir bei Charlie Chaplin eigentlich sehr gut vorstellen. Da hat Einstein zu Chaplin gesagt, er findet den Chaplin so toll, weil er redet ganz, ganz wenig und die ganze Welt versteht ihn. Und Charlie Chaplin hat geantwortet, und bei Ihnen ist es genau andersrum, Sie reden sehr, sehr viel und niemand versteht Sie. Und das finde ich süß. Es ist aber auch richtig, ja. Ja, es ist auch richtig, ja. Das ist wunderbar. Apropos viel reden und niemand versteht PolitikerInnen. Ja. Franziska Giffey ist zurückgetreten. Aber die versteht man eigentlich sehr gut. Die versteht man, ja. Also jetzt, wenn sie spricht, meine ich jetzt nicht, was sie halt jetzt gemacht hat mit dem Rücktritt, aber... Ja, verstehst du den Rücktritt? Ja, naja, ich finde, ich kann mich da so schwer reinversetzen. Ich glaube einfach, sie wollte... Ach Gott, ich sage jetzt. Als ob wir die halt gut kennen, die Franzi. Ja, wir kennen die Franzi. Bestens. Gestern mit ihr telefoniert noch. Ja, natürlich, ja. Ich meine, ich glaube einfach, die wollte sich einfach aus der Schusslinie holen und hat sich dann auch gedacht, so, ganz ehrlich, jetzt, ich möchte eigentlich nur Bürgermeisterin werden von Berlin und will wieder zurück in die lokale Politik. Und ich mache das jetzt einfach und dann ist das Ding aber auch mal gegessen. So könnte ich mir das vorstellen. Oder was sagst du dazu? Ich schätze das relativ ähnlich ein, bevor der Skandal jetzt irgendwie hochkocht und Doktortitel nun legitim oder nicht legitim, wir müssen nochmal darüber sprechen. Selbst wenn der jetzt nicht eher aberkannt wird, ist es immer noch eine völlig andere Größenordnung als damals bei Herrn zu Guttenberg, der ja wirklich seine Doktorarbeit nur durch den Kopierer durchgeschoben hat. Und bei ihr handelt es sich um ein paar Stellen halt, ja, okay, unsauber gearbeitet, mindestens das. Und wir gucken mal, was die Universität oder die FU sagt, ob sie sagt, von wegen, wo es aberkannt werden oder nicht. Das werden wir dann immer noch sehen. Interessant finde ich aber, sie hat ja ihren Doktortitel schon abgelegt. Achso. Ja, ja, genau. Und hat ja gesagt, sie verzichtet drauf, sie macht das Ding. Sie tritt jetzt auch deshalb zurück. Punkt. Ich kenne einen Politiker, der hat seinen Doktortitel auch abgelegt und der ist danach erst durchgestartet. Achso, wer denn? Andi Scheuer. Ach gut, müsste dieser Mann taucht ständig auf bei uns. Das ist doch wirklich dieser Unfall der Politik. Und er taucht nie in guten Zusammenhängen auf. Und das ist nicht mal absichtlich. Andi Scheuer. Ich hätte jetzt auch gerne mal irgendjemand anderen erwähnt. Ich hätte ihn mal als leuchtendes Beispiel für gute Umweltpolitik genannt. Aber nein, das kann ich nicht. Also das ist wirklich, ich finde das so faszinierend, dass dieser Mann so viel verbockt hat in den letzten Jahren und der ist immer noch Verkehrsminister. Das ist unfassbar. Ja, ich sage eine Autobahn, eine halbe Milliarde für nichts. Ja, gut. Und der ist immer noch Verkehrsminister. Ich habe über diese Doktortitelsache mit zwei Bekannten gesprochen. Ja. Drei Kolleginnen von mir. Ja. Aus dem Verlag, du kennst sie, aber ich erwähne jetzt keine Namen. Nein. Und die eine von denen hat selbst promoviert und die andere meinte so, ja meine Güte, jetzt mit so einer Doktorarbeit, da sollen sie sich nicht so haben. Das ist doch nicht so schlimm, wenn man mal ein Zitat abgeschrieben hat oder so. Und die, die promoviert hat, die sagte, nee, sie versteht das total, wenn Leute das stark kritisieren. Weil wenn man selber mal eine geschrieben hat, weiß man, was das für eine Sisyphusarbeit ist und wie viel Energie und Zeit man da reinstecken muss in so eine Promovierung. Promotion. Was? Promotion. Promotion. Nee, es ist Promotion. Das ist was, wenn man Werbung auf der Straße macht. Promovierung. Promovierung. Doktorarbeit. Und genau. Und sie versteht es schon sehr und sie ist da auch total dagegen, dass da irgendwie dann so ein bisschen das so lapidar gehandhabt wird. Fand ich interessant, weil ich habe auch immer es eher andersrum so ein bisschen gedacht, aber vielleicht hat man einfach da nicht so einen Einblick, weil ich habe keinen Doktor geschrieben und möchte es auch nicht. Nein, ich habe auch keinen Doktor geschrieben. Aber du wirkst so gebildet und schlau immer und so doktorantisch auch. Ja, aber ich habe, nein, ich habe mein Studium nicht mit Doktor, nein. Mensch, Margot, das ist ja eine ganz schöne Marke in deinem Lebenslauf. Ja, das tut nö, weil mir auch überhaupt nicht. Was soll so ein Doktortitel auch? Also ich ehrlich gesagt, ich finde die wissenschaftliche Arbeit, die man dazu betreibt, um einen Doktortitel zu bekommen, die ist spannend. Interessanter fände ich dann ehrlich gesagt aber die Professur, weil die Professur entwickelt wirklich etwas Neues für die Gesellschaft. Ach, verstehe. Interessanter nochmal. Aber auch das wäre dann so, dann wäre der Titel halt da, aber der Titel ist es ja irgendwie nicht. Den finde ich halt nicht spannend. Dann ist der Titel halt, ja, und kann ich nichts mehr kaufen? Was soll ich damit? Du, ich kann mir vielleicht vorstellen, gerade wenn man in die Politik möchte, ist es vielleicht auch so ein bisschen sowas, was man haben muss, um halt irgendwie Ansehen zu genießen. So gerade wenn man weit hoch kommen möchte, dass man es auch einfach deshalb auch macht, aus dem 15-Zweck. Naja, gut, dann hätte Andi Scheuer seinen Doktortitel damals nicht irgendwie in Osteuropa gekauft. Anderes Thema. Apropos in Osteuropa gekauft. Ähm, Eiderhobbit. Lass uns mal den Eiderhobbit spielen. Nee, das war jetzt gar keine Überleitung, Margot. Ich wollte es probieren, aber es hat jetzt gar nicht funktioniert. Ich hätte einen Jingle für dich. Der Preis für die schlimmste Überleitung des Monats geht an. Jessica Parker. Es geht ja auch beim Eiderhobbit ganz viel um Osteuropa, weil halt die Zustände da halt einfach wahnsinnig beschissen sind, wenn es um queere Menschen geht. Das ist richtig. Ja, kurz nochmal zur Erklärung, was der Eiderhobbit ist, Margot. Der internationale Tag gegen Homo-Bitransphobie. Habt ihr das richtig gesagt? Das hast du sehr schön gesagt, Margot. Der fing ja mal an als Eiderho. Und dann hieß er Eiderhobbit und jetzt Eiderhobbit. Genau. So. Und da gab es, also ich muss sagen, der Eiderhobbit, der entwickelt sich langsam zum neuen CSD so ein bisschen. Also es war unheimlich präsent dieses Jahr. Oder findest du das auch? Ich fand das auch. Ich habe wahnsinnig viel mitbekommen. Ich muss aber auch gestehen, wir zwei waren ja auch bei wahnsinnig vielen Streams auch aktiv. Ich habe mich wahnsinnig gebucht. Das muss man auch mal sagen. Aber nein, es fanden auch viele Dinge statt, ohne dass wir mit dabei waren. Und von denen habe ich auch mitbekommen. Ich fand das toll. Und da haben auch einige größere Firmen mittlerweile den Eiderhobbit für sich entdeckt und wissen ihn auch zu promoten, zu thematisieren, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das finde ich halt gut. Und vor allen Dingen, es ging auch groß durch die Medien. Ja, das finde ich auch. Und ganz kurz noch, wenn vielleicht einige Zuhörlinge nicht genau wissen, warum es den gibt, den Eiderhobbit. Wer es noch nicht wusste, Homosexualität war in der Bundesrepublik Deutschland. Bis 1994 nämlich stand das unter Strafe. Ja. Und das wurde dann endlich mal abgeschafft, dieses Gesetz. Und zwar am 17.05. Das ist sowas von völlig verkehrt, was du gerade erzählst. Scheiße, ich habe es mir fast gedacht. Oh nein, oh Gott. Also, bis 1994 stand Homosexualität in Deutschland unter Strafe. Das habe ich richtig gesagt. Das ist richtig. Das hat jedoch nichts mit dem Eiderhobbit zu tun. Und zwar im Jahre 1990 hat die Internationale Weltorganisation für Gesundheit am 17.05. die Homosexualität aus ihrem Katalog der Krankheiten, der psychischen Krankheiten gestrichen. Das meinte ich ja, Margot. Ja, es ist halt ein bisschen was anderes, 1990 psychische Krankheiten streichen, als 1994 ein Gesetz zu verändern. Und es wäre auch kein internationaler Tag, nur weil Deutschland ein Gesetz streicht. Du hast ja recht, Margot. Ich sag's ja nur. Oh, ist das peinlich. Und ich hab, oh naja. Aber das macht nichts. Na gut. Dafür hasst du mich ja auch. Naja, aber ich liebhasse dich, Herr Stauk. Nein, ich meine, dafür hasst du mich an deiner Seite. Ach so, du bist, also sag mal. Ich hab einen ganz, ganz süßen Funfact noch zum Datum, 17.05. Bitte. Und zwar, der Paragraf 175 war das ja. Ja, genau richtig, ja. Und ich hab das neulich von meiner Freundin Sigrid Grajek erzählt bekommen. Und zwar damals in den 20er Jahren, als wenn halt irgendjemand wusste, Mensch, meine Nachbarn sind ein schwules Pärchen und man sprach da halt nicht drüber. Dann war der Code immer dafür, na die beiden sind am 17.05. geboren. Genau, richtig. Und das fand ich total süß irgendwie. Genau. Sie haben 17.05. geboren und im Englischen gab es lange Zeit die Formulierung A Friend of Dorothy. Ah ja, genau, stimmt. In Anlehnung an, nicht an Dorothy Sporneck aus den Dornen Girls, obwohl auch das passen würde, sondern an Dorothy aus der Zauberer von Oz. Genau. Also meine Oma, Gott hat sie selig, die hat ja immer, das war immer halt eine Junggeselle bei meiner Oma. Die wusste auch ganz genau, es ist eine Schwuppe. Ja, aber der war eine Junggeselle. Ja, das gab die Formulierung selbstgewählter Junggeselle. Ach, selbstgewählter Junggeselle. Das hat meine Oma mir immer erzählt. Ah, das hört sich sehr beamtisch an. Die hätte auch über Herrn Altmaier gesagt, das ist ein selbstgewählter Junggeselle. Ja. So viel an der Stelle jetzt zu diesem Thema. Jetzt haben wir aber Eiderhobbis, glaube ich, auch genügend behandelt, oder? Ja, das reicht jetzt auch. Ja, wunderbar. Klatsch, Tratsch und andere Belanglosigkeiten. So, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich, Joel. Oh, Margot, ich bin heute sehr zart beseitigt. Kann ich die wirklich vertragen? Ich weiß es nicht, aber es ist mir von so vielen Leuten zugetragen worden. Und sie warten alle darauf, dass wir das jetzt hier besprechen, weil das ja eines unserer Kernthemen in unserem Podcast sind. Ach so. Ist ja. Raffi und Sam haben sich getrennt. Oh mein Gott, das sind doch die beiden mit der Stehlampe vom Balkon, richtig? Das sind die beiden dümmsten. Für die haben wir den Begriff Dummfluencer, glaube ich. Ach ja, wahrscheinlich. Natürlich ist es auch total vermessen, von uns die als dumm zu bezeichnen. Das finde ich eigentlich nicht gut, Margot, ganz ehrlich. Aber es ist richtig. Es tut mir leid. Ja, dümmlich. Vielleicht kann man es... Dümmlich. Dümmlich. Ja, mich kenne ich persönlich, vielleicht haben sie ja... Sind das ja einfach auch liebe Menschen, die halt einfach nur... Dumm und lieb schließt sich nicht aus. Eben, das mache ich ja deshalb. Also die haben sich getrennt. Und dann haben sich jetzt doch gestritten auch auf Instagram, wer jetzt eigentlich mit wem Schluss gemacht hat. Ja, genau. Weil der Sam hat ein Video öffentlich gemacht, in dem er dir die Öffentlichkeit bekannt gegeben hat. Ja, er habe sich jetzt von Raffi getrennt. Ja. Wenig später postet Raffi ein Video, in dem er groß bekannt gibt. Nein, 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 das ist alles gelogen. Deswegen er habe sich in Wirklichkeit von Sam getrennt. Er möchte in die Details gar nicht einsteigen. Warum, weshalb und wieso? Ich finde Influencer schon wieder so beschissen, wenn wir über diese Sache reden. Ja. Also, dass man halt unbedingt sein Privatleben mit allem drum und dran so öffentlich machen muss. Das ist ja so eine Geltungsbedürftigkeit, die ist wirklich furchtbar. Und weißt du, was meine erste Reaktion gewesen ist, als ich das mitbekommen habe, dass sich die beiden getrennt haben? Bist du mal aufs Klo gegangen? Nein, ich habe sofort gegoogelt, welches Format jetzt demnächst im Fernsehen kommt, in dem die auftreten könnten. Weil ich dachte mir, das ist doch wieder so eine gefakte Geschichte. Ja, wird so sein. Aber wirklich, Margot, das ist auch sowas von irrelevant. Aber apropos Trennung. Wer hat sich denn noch getrennt, Margot? Erzähl mir alles. Bill und Melinda Gates. Nein. Ja. Allerdings nicht via Instagram. Nicht via auf Telegram. In ihrem Telegram-Kanal. Nein. Was gehört denn zu, was haben die denn, Bill? Die haben gar nichts mehr. Gates, da ist, der Explorer irgendwie. Ich glaube, den Explorer gibt es auch gar nicht mehr. Doch, den gibt es noch, aber der wird jetzt abgeschafft. Aber die haben eigentlich jetzt, jetzt wo du es gerade sagst, die mischen eigentlich bei Social Media gar nicht mit Microsoft. Oder irre ich mich da? Nee, ist mir irgendwie auch nicht so geläumt. Nee. Also es gab ja mal dieses Google Plus, aber es war Google. Google Plus. Ja, nee, also dann haben die keine eigene Plattform. Nee, irgendwie nicht, dass ich das mitbekomme. Die haben auch, also ich sag mal so, die sind auch reich genug, die beiden. Es geht ja um zig Milliarden in dieser Schlammschlacht der Scheidung. Der Auslöser war ja, dass der Bill Gates die Melinda wohl betrogen hat. Ja. Ja. Und das mehrfach. Ui, 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 ui. Und das schon seit dem Jahr 2000. Ja. Das fällt dir jetzt nach 20 Jahren auf, dass sie das stört. Also Margot, da sind wir jetzt wieder bei den Mutmaßungen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine, wie heißt sie, Belinda? Melissa. Melissa. Belinda. Die Melissa. Die Melitta. Natürlich wusste die das. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die einfach keinen Bock mehr hatten auf die Ehe und ihr Anwalt, ihr Scheidungsanwalt brauchte halt einfach einen Aufhänger, um halt mit mehr Kohle für sie noch rauszuschlagen. Aber ist doch eigentlich, ich bin sicher, die kommen mit mehr als nur einer Milliarde raus, ganz egal, wie die Scheidung läuft. Oder für die echt ein hartes Leben. Ja, ist denn wirklich, mein Gott, jetzt werden es fünf, jetzt werden es zwölf, zwanzig und wie viele Milliarden hat er denn? Ich glaube, über hundert glaube ich auch. Über hundert Milliarden, ja. Ich würde schon sagen, ja. Also selbst wenn du da mit, wenn du mit einer Milliarde rausgehst, ja, dann hat er immer noch 99, aber du hast halt immer noch eine Milliarde. Die musst du erst mal ausgeben können. Soll ich mal Siri fragen, wie reich Bill Gates ist? Ja, bitte frag mal Siri. Hey Siri, wie reich ist Bill Gates? Bill Gates hatte 2019 ein Vermögen von 78,8 Milliarden Euro. 78,8 Milliarden. 2019, jetzt kam die Corona-Krise noch mit dazwischen. Das heißt, er hat da mindestens 20 Milliarden obendrauf gelegt, weil die Reichen sind ja der Corona-Krise reicher geworden. Ja, ja, das ist auch. Ich meine hier der Chef Bezos von Amazon, ich meine, der hat ja auch noch einen riesen Umsatzgewinn. Der konnte, sag mal, also für den war das Jahr doch einfach nochmal die Krönung seines Lebens, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So was wie Corona, bitte alle 10 Jahre nochmal extra, super, läuft bei mir. Was, wo es nicht so gut läuft, Margot, ist es beim Fernsehgarten, beim ZDF. Ach, warum nicht? Guckst du Fernsehgarten? Auf gar keinen Fall. Wirklich nicht? Nein, ich gucke keinen Fernsehgarten. Es tut mir leid. Das ist ja hochinteressant, weil ich hätte dir das auf jeden Fall zugemutet. Echt? Ja, na, weil du bist ja auch einfach eine Fanin von halt so großen Unterhaltungsshows. Ja, aber ich finde das so fürchterlich. Ich bin noch nicht alt, Knuffel im Fernsehgarten. Natürlich ist es fürchterlich, das ist Horror, diese Sendung. Der Fernsehgarten ist doch erst ab 65 plus und darunter wirst du doch gar nicht reingelassen. Aber soll ich dir was sagen, liebe Margot? Bitte. Damals, als es noch Diskus gab und ich Samstags vielleicht mal im Schwutz abgehangen habe und spät nach Hause kam, ich brauchte sonntags immer Hirntotenunterhaltung. Und da ist der Fernsehgarten immer perfekt gewesen, um halt nicht zu viel machen zu müssen oben rum. Ich kann es verstehen, ja. Und der ist jetzt seit ein, zwei Wochen wieder auf Sendung, der Fernsehgarten, das Schlachtschiff der deutschen Unterhaltungsindustrie und der läuft gar nicht gut. Wie, der läuft nicht gut? Na, die Zuschauer, Zuschauerquoten oder wie das heißt, Einschaltquoten sind nicht gut. Naja, weil die sind jetzt alle weggestorben in der Corona-Krise. Oh Gott, das war böse. Ich weiß, was war es. Das war böse. Naja, und die haben halt auch kein Publikum und davon liebt der Fernsehgarten natürlich auch, dass da halt irgendwelche komischen Junggesellenabschiede und Rentnergruppen im Publikum sitzen und mit klatschen. Ja, und das geht ja nicht. Ist jetzt nicht, aber es kommt doch jetzt demnächst Publikum, oder? Gucken wir mal. Wir werden es dann sehen. Ja, bin ich mal gespannt. Okay, also ich wünsche dem Fernsehgarten alles Gute. Und die Andrea Kiewel auch. Andrea Kiewel wünsche ich auch. Die moderiert das ja auch schon durchgehend irgendwie auch schon seit 30 Jahren. Bis auf ein Jahr, wo sie mal Pause machen musste, weil sie ein bisschen Werbung für Produkte gemacht hat, die nicht angemerkt worden sind. Ja, Weight Watchers war es. Das war was irgendwie, ne? Na, erst hat er das angefangen mit Ramona Leis, dann die Lona Christen, glaube ich, und dann kam schon gleich die Kiwi. Ja. Und bei der Kiwi abschließend dazu zu sagen, ich kann mir die manchmal nicht angucken, weil wenn die Kiwi, die moderiert ja da zwei, drei Stunden durch bei so einem Fernsehgarten, ist, ich muss sagen, wirklich eine gute Leistung, die die da bringt, also unter uns Moderatorinnen. Definitiv. Und aber wenn die sich so ins Nirvana moderiert, dann entwickelt die immer so eine Moderationsader am Hals, so nenne ich die immer. Das ist wahrscheinlich diese dicke Arterie, die viel Blut durch den Körper pumpen muss, damit sie halt oben anbleibt und die pocht förmlich. Und ich habe da so eine leichte Aderphobie. Ich finde Adern eklig. Ach so. Also auch so Arme, die stark geedert sind und so, das mag ich mir nicht angucken. Ich weiß nicht warum. Und wenn die diese Ader anfängt zu pochen, dann muss ich immer wegschalten. Dann tut es mir leid für dich, weil dann ist ja die nächste Rubrik leider so gar nichts für dich. Nämlich. Die geile Sau des Monats. Genau, die geile Sau des Monats, die ich dir rausgesucht habe, aber die du offensichtlich nicht haben möchtest, ist Tom DeLay. Ich habe den gegoogelt. Der hat aber keine Adern. Doch, der hat leichte Adern und zwar, also Tom DeLay erstmal für die Zuhörlinge, ist ein englischer Turmspringer. Hat ganz, ganz süß auf Instagram oder sonst wo vor ein paar Jahren sein Coming-out gehabt. Ist mittlerweile nicht nur verliebt, sondern auch verlobt und verheiratet. Hat auch ein Kind adoptiert. Ach so. Sein Freund ist ein, man soll jetzt nichts Negatives sagen, ein bisschen älter als er und ist der Drehbuchautor und Regisseur zum Beispiel von Filmen wie Milk. Ja, das finde ich hochinteressant. Und das finde ich auch hochinteressant. Und die beiden sind ein so süßes Pärchen. Also dieser, wie heißt er, Tom DeLay. Tom DeLay. Ja, ich weiß nicht. Ich kannte den tatsächlich vorher nicht, aber ich meine, Margot, also Butter bei die Fische. Ich meine, gib uns ein Turmspring-Event, uns Schwulen. Und wir kleben förmlich vom Fernseher und sind kurz vorm Wichsen. Also machen wir uns mal nichts vor. Also es muss mindestens einmal im Monat, muss Turmspring eigentlich im Fernsehen laufen, damit ich den Bildschirm sauber lecken kann. So viel wie Fußball dauernd gesendet wird. Ja, das mindestens, ja. Oder Eiskunstlauf habe ich auch immer sehr geliebt. Aber die sind nicht sexy. Aber die sind nicht sexy. Das kommt auf die Herren drauf. Wenn die halt einfach so alberne Kostüme anhaben. Nee, die haben ja auch manchmal sehr, sehr enge Sachen an. Oder Bodenton der Herren. Ja, okay. Da bin ich schon wieder völlig mit dabei. Aber beim Turmspringen ist ja geil, weil die halt wirklich nur diese ganz knappe Speedo immer anhaben. Ja, haben sie. Und dann haben die ja wirklich Astral-Bodies. Also da ist ja kein Gramm Fett drauf. Und sie haben halt diese Ader, die von den Länden zu den Oberschenkeln lang gehen. Aber diese Adern, das ist ja, das ist ja total, das ist ja irregende Zone, das ist ja, da drehe ich ja völlig ab. Ach Gott. Das macht dich so eine Ader geil. Also an der Stelle ist die Ader, das ist ja, da geht ja. Ach, aber weil ich habe wirklich lange... Ich bin dann schon fertig. Ich habe wirklich lange vorgestern über der Google-Bildersuche gehangen und habe ganz viele Fotos von Tom Daly mir angebracht. Ich kann es mir vorstellen, ja. Und ich habe da keine Ader entdeckt, tatsächlich. Das wundert mich jetzt gerade. Ja, da musst du mal genauer hingucken. Vielleicht hast du die ganze Zeit auf so unwichtige Stellen wie das Gesicht geguckt oder so. Ich weiß es nicht. Ist ein Süßer auf jeden Fall, oder? Ja, ist wirklich süß. Meine beste Freundin würde sagen, ach, jetzt stehst du wieder auf deinen Milch-Bubi-Typen. Ist ja klar, ist halt ein Milch-Bubi, aber ich finde den wahnsinnig süß. Ja, aber er ist ein sehr, sehr süßer Milch-Bubi. Was ich wieder mal kritisch beäugen muss, ist, liebe Margot, weil ich habe im Zuge meiner Recherche, so Tom Daly, habe ich halt auch die ganzen Coming-out-Prozesse ein bisschen hinterleuchtet. Ja. Und das war ja wieder so typisch Sportindustrie, dass halt alle ihm erstmal abgeraten haben, das zu tun, aufgrund der Werbeverträge und, und, und. Und er es dann aber doch gemacht hat. Und das finde ich natürlich großartig von dem Mann. Ja, und ich möchte mal ganz blind behaupten, es hat ihn überhaupt nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, es hat seine Karriere noch weiter befördert. Also nicht, dass er dadurch ein besserer Sportler geworden ist. Der ist ohnehin schon ziemlich gut. Aber er hat einfach auch noch tolle Werbeverträge mitbekommen. Und er macht sein Leben auch so ein bisschen öffentlich. Sein Family-Leben macht er öffentlich. Und das, davon kann der auch nochmal nebenbei, glaube ich, gut leben. Also eines Tages mit dem Runterspringen vom Brett nicht mehr klappen, weil die Schwerkraft nicht mehr funktioniert. Er kann immer noch mit Instagram sein Leben finanzieren. Er ist wirklich Influencer-mäßig unterwegs. Also was der für Werbung auf seinem Profil macht, ganz ehrlich, der verdient sein ordentliches Geld. Sehr viel. Weniger verdient hat ein Bauer, obwohl er für sein Heimatland einen großen Dienst erwiesen hat. Ein Bauer in Belgien. Lustig, die News. Die finde ich auch toll. Und zwar ein Bauer in Belgien hatte immer Probleme gehabt, mit seinem Traktor an einer gewissen Stelle irgendwie um die Ecke zu kommen, weil da so ein blöder Stein einfach im Wege war. Und dann hat er diesen Stein einfach genommen und hat ihn einfach auf die andere Seite der Straße gelegt. Und damit hat dieser Bauer mal eben den Grenzstein, der dort seit 1855 oder so lag, oder ich glaube, noch länger, hat er mal eben verschoben. Und damit hat er jetzt Belgien vergrößert und Frankreich um 2,29 Meter verkleinert. Das ist ja also wirklich ein Skandal. Aber ich frage mich, wie kam das denn raus? Gibt es also ein Grundgrenzsteinamt, das irgendwie in Regelmäßigkeit guckt, ob die Steine da noch liegen oder was? Ich habe keine Art. Vielleicht hat dieser Grenzstein von 1830, der jetzt glaube ich in die 30er steht, 1835 oder so. Vielleicht hat er schon so einen kleinen GPS-Sender da drin gehabt. Natürlich. Ja, das wird es sein, Margot. Aber ich meine, dass über knapp 200 Jahre ein Grenzstein auch mal in Europa unverändert stehen bleibt, ist ja auch selten, oder? Naja, das ist auch selten, aber mittlerweile, glücklicherweise, gibt es ja sowas nur noch in der Ukraine, dass irgendwelche Länder sich verändern. Ja, auch schwieriges Thema. Aber wir halt so im Rest Europas sind ja da doch relativ jetzt auch gesittet mit den Grenzverläufen. Ja, Gott sei Dank ist es dann, obwohl die Grenze ja zwischen Deutschland und Polen eine im wahrsten Sinne des Wortes fließende Grenze ist, nicht? Aha. Ja, wusstest du das nicht? Nee, klugscheißt du jetzt gerade. Ja, da habe ich was Schönes für dich. Machen wir spontan mal kurz ein Einspieler. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Und die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist ja eigentlich in dem Fluss an der Oder festgelegt. Ach so. Aber, das Ding ist ja, so ein Fluss ist ja ein aktives Lebewesen irgendwie, es bewegt sich ein bisschen und es wird, die Grenze ist auf die Flussmitte definiert. Ja, ja. Nun ist die Oder ein Fluss, der relativ flexibel ist und sich relativ viel bewegt und wahrhaftig bewegt sich dadurch die Grenze durchaus mal ein bisschen weiter östlich, ein bisschen weiter westlich. Es gleicht sich unterm Strich immer wieder aus. Ja. Aber die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist daher an dieser Stelle nicht, in Fassen des Wortes, in Stein gemeißelt, aktiv in Bewegung. Das nur so als unnützes Wissen am Rande. Ich war ja mal mit Klausi, im Winter war ich ja mal im Fichtelgebirge. Ja. Und das ist Thüringen, richtig? Das ist nicht so meine Welt. Okay, ich glaube, das ist Thüringen. Ja, kann sein. Ich sage einfach mal, kann sein, bin ich offen. Und da waren wir auch direkt an der tschechischen Grenze und das war auch nur ein Fluss. Das fand ich lustig. Also es gibt es anscheinend öfter tatsächlich, so fliegende Grenzen. Natürlich, zwischen Deutschland und Frankreich ist es ja genauso. Da ist auch ein Fluss. Schau an. Ja, schau an. Naja gut, okay, dann haben wir das jetzt auch geklärt, Margot. Hast du auch unnützes Wissen für mich? Ja, ich glaube schon. Unnützes Wissen für 800. Du springst heute so zwischen den Themen hin und her. Ich habe nur zwei Themen miteinander ausgetauscht, weil es sich gerade angeboten hat, mit der Ader. Ja, okay. Weil die Ader konnte ich jetzt schlecht irgendeinem belgischen Bauern zuordnen. Deswegen habe ich Tom einfach vorgezogen. Alles klar. Alles gut. Ach Tom, du bist mit dem schon per du, ja? Natürlich. Wir machen gemeinsam Insta-Stories. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich mit dem verheiratet bin? Ich bin doch der Regisseur. Du bist das. Ach, verstehe. Unnützes Wissen für 800, liebe Margot. Und zwar hat die Queen Elizabeth. Ja. Die hat die Queen Elizabeth besucht. Hat die in den Spiegel geguckt, oder wie? Nein. Aber wusstest du das schon? Nein, das wusste ich nicht. Hochinteressant. Lass mich raten. Also ich kann mir jetzt vorstellen, entweder hat sie ein Schiff besucht, oder sie hat eine Statue von sich besucht, oder sie hat Queen Elizabeth die Erste besucht. Nee, am Grab meinst du? Ja. Ja, nee, die hat einen Flugzeugträger besucht. Ach, einen Flugzeugträger? Ja, hat den Flugzeugträger besucht und das ist auch schon meine News, aber ich finde es irgendwie süß. Aber da ist eine 95-jährige Frau und besucht einen Flugzeugträger. Ja, du äh. Ist ja auch ein Bild irgendwie. Ist ja auch ein Bild und ich meine, was dir sowieso immer alles für komische Sachen machen muss. Also ich meine, was hat Prinz Philipp mal damals gesagt? Er ist der Mann auf der Erde, der die meisten Gedenktafeln enthüllt hat, oder irgendwie sowas. Er hat mal sowas gesagt, er sei der Professionellste. Ja, irgendwie sowas. Und dann hat er an der Schnur gezogen, dann öffnete sich dieses blöde Tuch einfach nicht so richtig. Also dann klappte es auch noch nicht. Das hat die Sache noch viel komischer gemacht. Aber bleiben wir kurz noch beim britischen Königshaus. Ja, bitte. Wenn wir schon mal gerade dabei sind, liebe Mara. Ja, bitte. Hast du denn schon von dem neuen Skandal gehört, von dem Diana-Interview, dem BBC-Interview aus dem neuen Zian? Ich habe was gehört, aber du wirst mich bestimmt gleich nochmal drüber aufklären. Es geht um dieses Interview, bei dem sie erklärt hat, dass sie eigentlich in ihrer Ehe zu dritt war mit Prinz Charles. Ein ganz exklusives Interview, was wirklich Wellen geschlagen hat damals. Das war ja kurz nach der Trennung von Charles, soweit ich das erinnere. Irgendwie, ja. Und da flog jetzt die Kuh irgendwie, weil das kam wie zustande? Da flog die Kuh? Nein, das ist ein Begriff für mich, wenn Stimmung im Haus ist. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein großer Skandal, weil nämlich jetzt ist rausgekommen, nach intensiver Recherche, dass der oder die betreuenden BBC-RedakteurInnen, die haben, oh Gott, jetzt muss ich wirklich, Frauke hat das nämlich gesagt. Frauke hat gesagt. Das nämlich, die haben Kontoauszüge gefälscht von anderen JournalistInnen, die es aber gar nicht gab oder die Kontoauszüge gab es gar nicht und die haben der Dei gezeigt und haben damit wohl bewiesen, dass ganz, ganz viele Menschen gegen sie ermitteln oder so und sie muss jetzt selber nach vorne preschen mit ihren Informationen. Und so haben sie sie zu diesem Interview halt eigentlich gedrängt letztendlich. Faszinierend, wie selten gut du recherchieren kannst. Das ist unglaublich. Habe ich das schon wieder falsch gesagt? Nein, das hast du, also in groben und ganzen stimmt es irgendwie, es gab gefälschte Kontoauszüge, das habe ich auch mitbekommen. Du blödes Aftroi. Und mit diesen Kontoauszügen, die halt einen falschen Eindruck erweckt haben, haben sie halt Diana zu diesem Interview und zu Aussagen in diesem Interview gezwungen. Das habe ich doch gerade erzählt. Ja, genau, genau, genau. Ja, habe ich auch. Okay, gut. Ich habe es ja nur nochmal wiederholt, weil du hast es ein bisschen durcheinander erzählt, glaube ich. Margot, also ich finde es einfach unmöglich von dir, dass du jetzt dich wieder nach vorne biesterst und jetzt denken alle, du hast es richtig gesagt und ich falsch, aber hast du genau das Gleiche erzählt. Die Jurisica hat genau das Gleiche wie ich erzählt, hat nur ein bisschen konfuser, aber die Jurisica hat das Thema mit reingebracht. Das muss ich auch mal einfach lobend erwähnen. Das ist eines der drei Themen, die sie für heute Abend eingebracht hat. Ihr könnt die anderen beiden noch raten und dann sendet ihr bitte eine Postkarte an das ZDF im 55 Mainz 500. Einsendeschluss ist der kommende Samstag, ganz wichtig, Einsendeschluss ist immer der kommende Samstag, auch wenn es keine Samstage mehr gibt. Es ist und bleibt der kommende Samstag und wir werden dann unter allen Einsendungen eine Gewinnerin auslosen. Mein Gott, das waren mehr als drei Themen. Wenn ich das mal jetzt berichtigen darf. Es sind vielleicht vier oder vielleicht sogar fünf gewesen. Ja, ich mache es dir auch schwer, weil ich gebe dir immer als allererstes die ganz große Liste vor und ich weiß, dass du mindestens 80 Prozent dessen, was ich notiere, natürlich auch notiert hast. Ja, das möchte man gerne jetzt mal so festteilen. Meine Liebe. Ja, bitte. Ich bin halt so, ich stoße halt manchmal gerne so ein bisschen an. Ich habe zum Beispiel jetzt zum Zuckerfest habe ich. Das müsst ihr mir erzählen, weil das habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe bei Facebook gepostet, Eid Mubarak, also alles Gute zum Zuckerfest auf türkisch. Kurze Zwischenfrage, weil ich kann mit dem, es geht nicht um den ägyptischen Ex-Präsidenten. Nein, es geht nicht um den Ex-Präsidenten. Okay, weil das hat mich verwirrt. Was ist denn Eid Mubarak? Das ist türkisch, wenn ich mich recht ansende. Und das ist eine gute Frage, ob das jetzt türkisch oder arabisch ist. Auf jeden Fall heißt es auf Deutsch, alles Gute, ein angenehmes, ein schönes Zuckerfest. Ach, und der Ex-Präsident hieß also dann Zuckerfest, oder was? Der hieß Zuckerfest, ja, offensichtlich. Das ist ja hochinteressant. Ja, das war ja auch ganz lustig, ja. Wenn denn das so stimmt von der Zuordnung. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Müssen wir das nächste Mal wieder berichtigen dann. Also der Kern ist eigentlich, ich habe alles Gute zum Zuckerfest gewünscht und ich habe mir da einen kleinen Shitstorm an muslimfeindlichen Hass zugezogen. Es war unglaublich. Inwiefern denn? Weil das war relativ zeitnah zu den Angriffen der Hamas auf Israel, auf Jerusalem. Und dann ging es sofort los. Ich würde Partei für die Hamas ergreifen. Ich würde Israel feindlich sein. Und nein, ich möchte einfach nur Leuten zu einem ihrer Glaubensfeste was wünschen. Ich meine, ich wünsche ja auch fröhliche Weihnachten manchmal oder frohe Ostern oder sowas. Da bin ich jetzt auch nicht irgendwie deshalb gleich. Also es wurde sehr, sehr absurd. Also die Profile, die sich darüber aufgeregt haben, das war alles so die gleiche Schiene. Du weißt, wie sie aussehen. Gerne mal irgendwelche anonymen Katzenprofile, die die komplette blaue AfD-Parade durchgeliked haben und Trump-Fans sind und so weiter und so fort. Aber ganz liebe Leute haben sich dafür bedankt und das fand ich großartig, dass sowas stattgefunden hat, dass ich was geschrieben habe. Andere Leute haben es übrigens auch geschrieben, haben auch großes positives Feedback bekommen. Und ich kriege ja auch zu Weihnachten und sonst was, kriege ich ja auch solche Glückwünsche. So ist es jetzt ja noch nicht, auch von Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens. Und die finden Hitler nicht gut. Nein, der Gedanke war jetzt einfach nur so, nur weil ich das jetzt alles Gute zum Zuckerfest gewünscht habe, wurde ich also mit jemandem gleichgestellt, der antisemitisch sei. Ja, ja. Wo ich dachte, nee, das ist völliger Schwachsinn. Habe dann so als Gedanke gespielt, wenn ich jetzt jemandem fröhliche Weihnachten wünsche, dann erwarte ich auch nicht als Reaktion, als Antwort daraufhin, ach, du hättest zwar auch Hitler gewählt oder wie. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, es ist einfach völlig absurd. Aber da siehst du halt einfach mal, dass sich in diesem ganzen Nahostkonflikt, da schaukeln sich die Gemüter ja zu Recht auch wirklich hoch, weil ich finde diesen ganzen Konflikt äußerst unüberschaubar. Und also ich als 41-jährige Person lebe auch schon, glaube ich, mit diesem Konflikt in den Nachrichten, seitdem ich lebe, habe ich das Gefühl. Ja, ist so, ist so. Der ist sogar noch älter. Also das ist wirklich unüberschaubar. Und so auch mit Stimmungen aufgeladen und Emotionalität, das ist wirklich unheimlich schwierig. Es ist verdammt schwierig und wir werden da auch keine Lösung irgendwie finden, was den Konflikt angeht. Also nicht wir zwei zumindest. Du, ich fahre nächste Woche gleich hin, dann riegele ich das, ja. Ja, ja, ja. Es ist halt, wir haben es dort mit extremen Positionen zu tun. Und was ich aber toll fand, das muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, das Thema hatten wir so eigentlich gar nicht drin gehabt. Es gab diverse Demonstrationen, sowohl in Israel als auch zum Beispiel hier in Deutschland von Muslimen, von Jüdinnen und Christen zusammen, die gemeinsam für Frieden und für ein gemeinsames Miteinanderleben protestiert haben. Und das auch in Israel selbst. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, das darf man nicht vergessen, ein Großteil, so ist mein Eindruck, scheint dort wirklich eine friedliche Koexistenz zu sein. Ja, ich meine, alles andere wäre doch auch selbstmörderisch, oder? Natürlich, ich meine, da sind Leute gewesen, da ist ein Moslem, ist mit seinem Laden ausgebombt worden. Als allererstes kamen die jüdischen Nachbarn, haben ihm geholfen zu löschen, aufzuräumen und ihm die Dinge zu bestücken, dass er wieder leben kann. Also das ist, da sind politische Parteien, die eigentlich sich miteinander bekämpfen und ich glaube, die Bevölkerung wird da mittlerweile nur noch missbraucht. Ja. Das ist so mein Eindruck. Das kann gut sein, also so ist auch mein Gefühl dazu. Aber immer, wenn irgendwo am Tisch, am Essenstisch oder in irgendwelchen Runden dieses Thema aufkommt, ich lehne mich dann immer zurück und nehme mich auch zurück, weil ich möchte darüber nicht diskutieren müssen. Das Thema ist so komplex, da sind wir auch völlig überfordert, da sind, selbst wenn die Fachpolitiker da überfordert sind, wie sollen wir denn da irgendwie noch was dazu sagen können? Das wird schwierig. Aber bei diesen ganzen schlimmen Kommentaren ist mir ja aufgefallen, es gibt eine neue Funktion und die habe ich dann auch zwei, dreimal auch nutzt. Und zwar, man kann ja Beiträge auch melden. Wo jetzt genau? Naja, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich einen Beitrag sehe. Auf Facebook meinst du jetzt? Ich bin auf Facebook, natürlich, ja klar. Und wenn auf Facebook jetzt irgendein Beitrag ist, den ich gerne melden möchte, so ein Kommentar, den ich melden möchte, dann gibt es unter anderem die Unterrubrik Beitrag als rechtswidrig gemäß Netzdatenschutz gesetzt werden. Ja, ja, ja. Und das finde ich großartig. Ja, das hat ja auch wirklich lange gedauert jetzt. Ja, allerdings. Es gibt doch diese ganz schlimme Doku auf Netflix, glaube ich, oder so, die das Berufsfeld der Löschleute erklärt bei Facebook. Die den ganzen Tag nur schreckliche Bilder sehen und die halt löschen müssen, weil die gemeldet worden sind. Und die Menschen sitzen abgetrennt in Räumen und sehen den ganzen Tag nur Tod, Hass, sexuelle Vergewalt, also alles, was schlimm ist. Und diese armen Menschen, ich verstehe nicht, wie man sich sowas zumuten kann beruflich. Hass, sexuelle Gewalt und Co., da sind wir ja eigentlich schon beim nächsten Thema. Ja. Beim Eurovision Song Contest. Ja, Marot, in einer verkehrten Welt wäre es vielleicht so, in einem Spiegeluniversum. Ich fand ja den ESC wirklich, also er war so divers wie niemals zuvor. Ja. Er hatte so eine grundgute Stimmung wie niemals zuvor. Ich meine, sogar Russland hat ein queer-feministisches Lied im Fremden geschickt. Wie ist die eigentlich durch die Zensur gekommen? Da frage ich mich auch. Ich meine, wenn du überlegst, dass Russland ein-, zweimal gar nicht mitgemacht hat, weil die das alles zu schwul war da. Ja. Und jetzt ist da auf einmal diese kleine, singende Feministin auf der Bühne. Ja, großartig. Also es lässt ja für Russland vielleicht mal ein bisschen hoffen auch, ne? Ja, 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 genau. Also sie ist ja von ihren eigenen, ich sag mal von der eigenen politischen Führung nicht unbedingt gerade unterstützt worden. Das ist ja eine Überraschung, ja. Ja, und großes Wunder. Es waren tolle Beiträge mit dabei. Ich fand das auch wahnsinnig divers, sehr unterschiedlich, was dort musikalisch auch geboten worden ist. Wenig von dem ich sagen konnte, weil früher stand der ESC ja gerne auch für wahnsinnig viele Trash-Nummern. Und zwar Trash-Nummern, die sehr unfreiwilliger Trash waren. Wir haben diesmal sehr freiwilligen Trash dorthin gesetzt. Darüber reden wir gleich noch. Ja, gerne. Und ansonsten, Trash war dann für mich so typischer Balkan-Pop. Drei auf, ich muss es wirklich sagen, auf Nutten gestylte Frauen, die die ganze Zeit so ein bisschen so vor sich hin schakalackern, im engen Body mit Flitterfransen dran und mehr auf Optik und auf Tanzwert gelegt haben als auf Lied und Musik. Du meinst die drei Kim Kardashians mit den unterschiedlichen Haarfarben, richtig? Ja, genau, richtig, ja. Die haben ja auch, also wirklich, also jeder Transvestit hat sich ja nur nach diesen Haaren versehrt. Nicht versehrt, sagt man nicht. Verzehrt. Verzehrt, genau. Weil die hatten ja, also ich würde sagen, 800% Haardichte haben die Dutten gehabt. Ja. Das waren ja Haare, also ich hätte gerne eine von diesen Dutten gehabt, tatsächlich. Die hätten wir für ein Leben lang gereicht. Das stimmt. Das war, also ansonsten waren die Nummern sehr, sehr vielseitig, sehr toll und der deutsche Beitrag, er tat mir ein bisschen leid. Ich dachte mir von wegen, das Lied ist nett. Man muss auch mal sagen, die Konkurrenz war dieses Jahr auch wirklich hart. Wir haben schon schlimmere Lieder gehabt, die weiter vorne gelandet sind, weil andere Länder noch Schlimmeres fabriziert haben. Ja, wir reden mal vielleicht über die New Angels-Kurse. Die waren berechtigt mit null Punkten. Waren das die New Angels oder waren das die... Das waren die New Angels. Die New Angels. Weil wir hatten doch als Deutsche, hatten wir doch mal diese andere, diese ProSieben-Casting-Elsen hatten wir doch mal da gehabt, oder? Also ich kenne jetzt nur die New Angels, die vor ein paar Jahren es nochmal versucht haben. Na gut, ist ja auch egal. Okay, ich dachte, es sei die andere. Das kann auch die New Angels gewesen sein. Jedenfalls war es schrecklich. Es gab ein paar Leute, die hervorragend schön schief gesungen haben. Eine war auch so eine blonde Sängerin, die so mit vier Tänzern unterwegs war. Die Lady Gaga? Da war Optik mehr mit... War das Lady Gaga? Da war Optik auch wirklich wichtig, aber gesanglich war das gar nicht gut. Und ich glaube, den Text hat irgendein russischer Oligarch, irgendwie Milliardär irgendwie geschrieben. So viel Text war das nicht und so anspruchsvoll war der Text auch nicht. Und dann halt so eine blonde Tusse. Es tut mir leid, wenn ich das so sexistisch sage, aber die Nummer war so angelegt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es war eine blonde Tusse. Es tut mir leid. Nee, du meinst... Ich glaube, du meinst die aus Malta. Nein, Malta war die geile Sängerin. Die Lady Gaga? Das war die kräftige Sängerin. Nein, ach ja stimmt. Das war Malta, das war Malta. Ich meine, die war großartig. Die war toll. Nein, aber die, die ich meine, die sah aus wie Miley Cyrus und hat aber einen Song gemacht, der klang wie Bad Romance. Das kann sein. Von Lady Gaga. Ja, ich glaube, es kommt hin. Und sie hatte vier Tänzer dabei, die sehr angeschwuchtelt waren. Ja, überraschend. Nein, aber auch die Choreos waren wirklich schon sehr schwul. Also das hätte auch ein Heterosexueller einfach nicht heterosexuell tanzen können. Das geht nicht. Diese Choreo konnte man nicht heterosexuell tanzen. Wer war denn deine Favoritin? Malta. Zum Beispiel. Malta tatsächlich. Malta war ganz vorne mit dabei. Die habe ich wahnsinnig ins Herz geschlossen. Die fand ich wahnsinnig großartig. Mir hat es ein bisschen, mich hat es ein bisschen zu viel an Netta erinnert, ehrlich gesagt. Ja, das verstehe ich. Deshalb wahrscheinlich auch nicht so weit vorne gelandet. Schade irgendwie, weil. Und Frankreich fand ich noch toll. Ach nee, die fand ich wahnsinnig langweilig. Nee, also ich kann mit Chansons auch gar nichts anfangen. Null. Was war denn dein? Island. Definitiv Island. Ach toll. Ich liebe Island. Ja. Weil der halt auch genauso honkig tanzt wie ich. Also Klaus freut sich halt immer. Ja, der liebt den auch, weil der auf der Bühne sich genauso scheiße bewegt wie ich. Der ist ja auch zwei Meter zehn groß. Irgendwie. Und man sieht dem an, der ist halt riesengroß. Und dann kann man sich halt nur schlagsig bewegen. Den fand ich toll. Und ich fand die Ukraine toll. Wo der Beat immer schneller geht. Und diesen grünen Feld. Ja, genau. Die fand ich ganz merkwürdig. Ja, die waren speziell. Ja, die waren speziell. Ich kann verstehen, dass man das mag. Meins war es nicht. Ja. Da ist wirklich Geschmack, aber ich kann durchaus Leute nachvollziehen, die sagen, denen hat es gefallen. Ja. Aber meins war es trotzdem nicht. Für mich war das echt so ein bisschen eine Kombination zwischen Babylon Berlin und Muppet Show. Ein bisschen Muppet Show war es schon. Und in der Regie von Tim Burton. Genau. Und dann hat mich Peter Obern ein bisschen überrascht. Irritiert dich auch. Weiß ich nicht. Und zwar, es gab doch einen Beitrag, ich weiß leider nicht, welches Land das jetzt war, mit einem schwarzen Interpreten. Und die Kostüme waren auch ein bisschen afrikanisch angehaucht so. Ja. Und das Lied hatte auch so ein bisschen. Ja, ja, ich weiß. Und Peter Obern sagte dann. König der Löwen. Genau. Ja, ja. Er hört mich an König der Löwen. Und dann dachte ich so, hm, also jetzt irgendwie dunkelhäutige Männer auf der Bühne irgendwie mit Tieren zu vergleichen aus einem Disney-Film. Ich fand es irgendwie merkwürdig. Ich muss gestehen, ich habe den gleichen Satz gehört. Ich habe gesagt, bezüglich der Musik hat er recht. Es klang wie die Musik von Elton John aus König der Löwen. Fand ich gar nicht. Das war meine, also das konnte ich verstehen. In deiner Interpretation sehe ich das auch schwierig, diesen Satz. Keine Frage. Kann ich mir aber auch aus dem Munde von Peter Obern so auch nicht. Ja, eigentlich nicht. Nein, aber der hatte noch so ein Fauxpas, aber der ist, den habe ich jetzt gerade vergessen. Ein Fauxpas hatte er, weil er seine Unterlagen zu seiner Sängerin zu einer verloren hatte und nichts über sie sagen konnte. Ach so, echt? Da war der Zettel weg. Aber das ist live. Das kann einem nur passieren, wenn es live ist. Deshalb lieben wir den ESC. Ja. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz abschließend über Deutschland reden. Ja. Ja, ich finde den unheimlich sympathisch. Der ist ja eigentlich Musicalsänger. Das merkt man auch, finde ich, an seiner Performance. Der Song ist gewöhnungsbedürftig. Mich hat er nicht begeistert. Aber der ist so sympathisch, dieser Mann. Und das tut mir einfach nur leid. Aber dieses wilde Rumgehüpfe und dieses Knopfdruck, ich bin so glücklich gerade, das hat mich befremdelt. Das fand ich das Schwierige an dem, auf Knopfdruck fröhlich sein und dieses Musical-Lächeln aufzulegen. Ja, ja, ja. Das ist so, ich sehe die Augen strahlen nicht ehrlich. Ja, ist ein Musical, ne? Das fand ich halt, ja genau, ist halt Musical und er ist ein toller Typ, er singt toll für Musicals, ist super, hat eine tolle Tanzanlage gebracht und viele KritikerInnen haben ja auch gesagt, dass er mit seiner Musical-Stimme halt nicht so die kräftige Stimme hat und deshalb auch wahrscheinlich nicht das Rennen gemacht hat. Meine Güte. Ich wollte mit dir noch ganz kurz reden über diese wunderbare neue ARD-Serie All You Need. Hast du sie gesehen? Ja, ja, natürlich habe ich sie gesehen. Und? In einer Tour weggesuchtet, das sind immer eine halbe Stunde, also das schafft man in zweieinhalb Stunden. Es gibt viel Kritik an der Serie, die ich berechtigt finde, aber, also es wird ja kritisiert, warum hat man keine homosexuellen Hauptdarsteller genommen, sondern warum sind das Heterosexuelle gewesen? Das ist ja die meiste Kritik und ich habe neulich einen Podcast gehört, wo die Produzentin und der Regisseur zu Gast waren. Den habe ich auch gehört, den Podcast. Hast du auch gehört? Schöne Grüße an Johannes Kram. Schöne Grüße an Johannes Kram. Und da wurde auch nochmal auf Act Out diese Initiative, dieses gemeinschaftliche Coming Out von vielen, vielen deutschen SchauspielerInnen. Und da hat ja auch die Produzentin gesagt, das ist einfach unheimlich schwer, in 2021 in Deutschland offen homosexuell lebende Schauspieler zu finden. Die Agenturen sagen, nein, das machen wir nicht öffentlich. Wir können euch keinen offenschwulen Menschen geben. Und umso stärker hat diese Serie gezeigt, wie wichtig und wie notwendig diese Aktion Act Out eigentlich war. Voll, also ja, definitiv. Und immer noch ist. Immer noch ist. Und dann gibt es ja auch den Kritikpunkt, dass halt die Serie zu viele Erklärbären beinhaltet, dass das halt eher so ist, von wegen, wir versuchen mal der nicht-queeren Community mehr Fachwissen beizubringen, in Unterhaltung verpackt. Und das finde ich aber problematisch, weil in dem Podcast sagen sie selbst, diese Serie richtet sich an queere Personen. Und bei denen den Erklärbär auszupacken, das finde ich dann schwierig. Ja, aber vielleicht, ich meine, die ARD ist halt auch verpflichtet, wirklich Programme für alle zu machen. Ja, aber doch nicht auf One. Also, was heißt denn hier für alle? Wir reden hier vom Sender One. Und wir reden von der Mediathek. Das lief auch im Fernsehen jetzt. Ja, auf One. Auf One, sag ich doch. Da läuft auch der ESC-Vorentscheiden. Ja, der ESC-Vorentscheiden, die ARD sind für alle. Genau. Sagt eigentlich schon alles. Also, ich war ein bisschen unglücklich drüber und dachte mir so, um Gottes Willen, auch die Dialoge zum Teil auch sehr so aus der Klischee-Kiste auch gegriffen. So standardformulierte Witze. Also, Fragen so, wer ist denn in der Beziehung jetzt eigentlich Mann und wer ist Frau? Und dann kommt wirklich als Antwort diese Floskel, mit dem sie fragen doch auch nicht, was ist Messer und was ist Gabel, wenn sie mit Stäbchen essen. Exakt diese Formulierung zum Beispiel kam vor, es ist schon ordentlich Klischee-Kiste gegriffen. Und man hat auch manchmal das Gefühl gehabt, sie mussten in jeder Folge jetzt noch ein spezielles Thema noch extra mit einbringen, weil das jetzt gerade aktuell angebracht ist. Finde ich auch nicht schlecht, dass die Themen drin waren, aber es war halt, wie du gesagt hast, stark erklärt. Ganz kurz noch, so Second-Screen-mäßig jetzt. Ja, bitte. Danach in der Mediathek habe ich mir die Kurzinterviews der verschiedenen Schauspieler angeguckt. Und das ging auf so ein bisschen. Und das fand ich wieder ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, weil der Schauspieler, der halt diesen etwas Bad-Boy-Typen spielt, ich habe jetzt den Namen vergessen, den er in der Disco kennenlernt. Und der so im Knast war und so. Und der sagt im Interview, ja, er war sich halt nicht so sicher, wenn er jetzt halt Männer küssen muss bei den Dreharbeiten und das hat er noch nie gemacht. Und was ist denn jetzt, wenn das dann auch dann Freunde von ihm dann später im Fernsehen sehen, dass er Männer küsst. Und da dachte ich so, Alter, erstens macht er nicht in so einer Serie mit, wenn du so eine Ressentiments hast. Offensichtlich ja dann doch, ja. Ja, und das dann aber auch so öffentlich zu machen, das fand ich wirklich, das fand ich wirklich unerhört, ehrlich gesagt. Das ist genau das, wo wir nicht hinwollen mit dieser Serie. Ja, okay, das macht die ganze Sache jetzt dann doch wieder ein bisschen problematischer. Aber, wie gesagt, jetzt möchte ich meinen Streaming-Tipp kurz präsentieren. Bitte gerne, Margot. Der Streaming-Tipp des Monats. Ich habe eine Serie entdeckt auf Netflix und sie heißt Tribes of Europa. Nicht Tribes of Europe, sondern Europa mit A am Ende. Ich war ein bisschen irritiert. Ist das echtes Englisch oder ist das irgendwie was? Ich verstehe das auch überhaupt nicht von, was du heißt. Das ist eine sehr, sehr aufwendig produzierte deutsche Netflix-Serie mit in einer postapokalyptischen Berlin-Bild gestrickten Reihe. Nach einer globalen Katastrophe im Jahre 1929, und zwar am 31.12.1929, explodiert praktisch die gesamte Technik. Die gesamte Zivilisation steht ohne Technik da und die ganze Serie steht spätestens 50 Jahre danach ungefähr, also im Jahre 2080 ungefähr. Naja, europäische Staaten gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch kleine Stämme und Kleinststaaten, die sich gegenseitig bekriegen. Also alles so ein bisschen wie in der Steinzeit mit ein bisschen Technik, aber halt so Schusswachen und sowas. Sowas nennt man ja Steampunk. Ah, okay. Das ist die Stilrichtung Steampunk. Ja, super. Plötzlich taucht ein Hauch modernste Technik auf und dieser Hauch könnte erklären, was denn nun nochmal genau an jener 31.12.2029 passiert ist. Die Serie hat wirklich ganz imposante Bilder, tolle Ideen. Für deutsche Verhältnisse ist es wirklich eine aufwändige Aufmachung, aber kann leider nicht wirklich darüber hinwegtäuschen, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass du in einem Cocktail aus fünf bis sechs schlechten Kopien großartiger Vorbilder eigentlich gelandet bist. Die Handlung ist eigentlich fast so schlecht irgendwie, wie die doch sehr platten und sehr, sehr krampfhaft zwangseingeenglischten Dialoge. Das ist sehr, wenn du das hörst, wirklich, da sträuben sich dir die Nackenhaare. Margot, ich finde die Serie auch ziemlich beschissen. Du hast sie gesehen? Ja, ich habe sie zur Hälfte geguckt, habe dann aufgehört, weil ich die beschissen fand. Ich musste es dann durchgucken und dachte, ich ziehe mir das jetzt wirklich rein. Und die Schauspieler sprechen nicht wie Laiendarsteller, sondern wie Laiendarsteller, die erst vor kurzem Sprechen gelernt haben. Der Spannungsbogen passt wirklich unter jeden Teppich und sämtliche überraschenden Wendungen in der Handlung riecht man wirklich schon gegen den Wind. Selbst dann, wenn diese Wendungen wirklich vorhersehbar und trotzdem so absurd sind irgendwie. Einzige Überraschung ist das Ende. Das ist noch schlechter, als man es geahnt hat. Mein Streaming-Tipp ist nicht gucken. Achso, weil ich wollte gerade sagen, warum machst du einen Streaming-Tipp, wenn du alle Scheiße findest da dran? Weil man ja auch sagen kann, diese Zeit könnt ihr euch sparen. Und mein Streaming-Tipp ist daher, guckt euch bitte Act Out, sag ich schon. All You Need an, das ist dann wirklich wenigstens, All You Need hat auch wahnsinnig tolle Bilder. Die Farbregie, die Bildregie ist nämlich toll in der Serie. Ja, haben sie toll gemacht. Das wollte ich dann auch positiv erwähnen. Und ich war dann mit All You Need dann doch stark versöhnt auf einmal. Ich habe gerade tatsächlich auch einen Streaming-Tipp, aber ganz kurz nur, weil ich wirklich sowas von höchst begeistert war. Ich war schon lange nicht mehr so gefesselt von einer Serie wie von dieser. Und zwar heißt die Killing Eve, die gibt es schon seit vier, fünf Jahren. Ich habe, sie ist mir noch nie meinen Weg gelaufen, komischerweise. Und jetzt ist sie auf Prime. Und das ist eine großartige Zweiergeschichte eigentlich zwar von einer psychopathischen Mörderin und einer Polizeiangestellten, die gegen sie ermittelt. Und die entwickeln in vier Staffeln halt eigentlich eine Art Passion füreinander. Das ist eine großartige Geschichte, sehr feministisch, sehr spannend, sehr witzig, viel Blut auch. Und Sandra Oh ist meine absolute Lieblingsschauspielerin in dieser Serie. Die ist bekannt geworden durch Emergency Room. Das ist die asiatisch aussehende Schauspielerin. Und die hat immer so ein Gesicht wie Grubby Cat, die guckt immer sehr ernst. Und es ist nur zu empfehlen, Killing Eve hat auch viele Grammys gewonnen. Und nicht Grammys, sondern Emmys. Und ja. Grammys, Emmys, Tonys, sie hat alles gewonnen. Ja, genau, genau. Mensch, apropos blutig, da fällt mir noch ein. Deutsche Wohnen und Venovia fusionieren. Die Info kam heute gerade rein, die beiden deutschen größten Wohnungskonzerne wollen fusionieren. Ich bin sehr gespannt, was das Kartellamt dazu sagt, ob das durchgeht. Naja, die werden auch eine schöne Lobbyarbeit machen können. Ja, mit Sicherheit. Aber naja, mal schauen. Also das bleibt spannend auf jeden Fall. Das wollten wir nur ganz kurz noch erwähnt haben, was natürlich ein großer Punkt ist. Aber den arbeiten wir heute nicht mehr genauer auf. Das machen wir später. Nächste Rubrik, bitte. Ja, bitteschön. Wegen Corinna geschlossen. So Margot, du kannst jetzt, jetzt komm, klugscheiße dich mal zwei, drei Minuten so richtig ins Nirvana. Ach, soll ich gleich mit dem klugscheißen anfangen? Ja, bitte. Okay, gut, alles klar. Also, ähm. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Kennst du den Unterschied zwischen Nebenwirkungen und Impfreaktion? Nicht wirklich, Margot. Möchtest du es mir erklären? Aber gerne doch. Pass auf, eine Nebenwirkung ist es, wenn du zum Beispiel die Spritze in den Oberarm reinramst, dann hast du deine Wunde. Das ist ja praktisch eine Nebenwirkung irgendwie. Die tut dann auch mal weh. Das ist die Nebenwirkung. Die Impfreaktion ist das, was du dann in den Stunden danach bekommst. Das mit Fieber und sowas alles. Das heißt also, die Muskelschmerzen, die du hast, weil du die Spritze in den Arm bekommen hast, das ist eine Nebenwirkung. Und eine Impfreaktion ist halt dann dieses Fieber und so weiter und so fort. Weil das bringt ja viele durcheinander. Ja, es wird sowieso wieder ganz viel durcheinander gebracht. Mich nervt auch wirklich diese ständige AstraZeneca-Diskussion geht mir so auf die Nerven. Ja. Bist du schon geimpft, Margot? Ich mache es jetzt hier öffentlich. Ich habe eine erste Impfung bereits erhalten. Ja, und du? Ich auch, Margot. Ach. Mit AstraZeneca? Mit AstraZeneca. Und wir beide leben. Wir beide leben noch. Tatsächlich hatte ich, die Nacht danach war wirklich nicht schön. Ich hatte fürchterliche Gliederschmerzen. Ja. Und es war wirklich am ganzen Körper wirklich Schmerzen. Und musste mich wirklich am nächsten Tag, weil ich da was zu tun hatte, mich mit Ibuprofen dopen, um irgendwie was machen zu können. Okay. Und das, ja. Ich hatte am nächsten Tag, war ich echt ein bisschen malade, war ein bisschen matschig und dachte so, ja, das hat sich angefühlt wie so eine Grippe, die jetzt langsam kommt, aber die startet halt nicht durch. Ja, genau. Und dann ist irgendwie, dann flacht es auch schon wieder ab und dann war es das Ganze. Ich hatte Gliederschmerzen gehabt, ich war schon ein bisschen kopfig, ein bisschen matschig, aber ich wusste ja, wann ich die Spritze bekomme und habe mir gleich eingeplant für den Tag danach. Da machst du einfach nichts und bleibst zu Hause und guckst zum Beispiel schreckliche Serien auf Netflix. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber ich hatte leider einen Dreh, Margot. Ja, ich weiß. Und konnte es halt nicht absagen. Ja. Was man nicht alles für 50 Euro tut. So viel dazu. Okay, gut. Und die zweite Info steht bei dir dann wann an? Im Juli, Ende Juli irgendwann. Ach, toll. Ich bin Anfang August dran. Das ist ja super. Also sind wir ziemlich zeitnah da. Ja, das stimmt. Ja, und dann ist ja auch schon bald Oktober, Margot. Ach ja. Wenn wir jetzt nur durch die Monate durchgehen. Genau, richtig. Und sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Oktoberfest? Du, das Oktoberfest 2021, was ja schon im September anfängt, ist abgesagt. Ja, es war in der Presse tatsächlich, dass das dann nach Dubai verlegt wird. Das stimmt aber so nicht wirklich. Nee, das ist so nicht korrekt. Aber Dubai hat angefragt in München, ob sie die Lizenz fürs Oktoberfest kaufen können. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Achtung, gefährliches Halbwissen, hat die Stadt München gesagt, Lizenz, Lizenz. Und ach ja, ja, kauft mal die Lizenz, ist super. Und jetzt hat Dubai wohl eine Lizenz für ein Oktoberfest in Dubai halt gekauft. Und also das lässt Geld in der Stadt München. Kein anderer Mensch, der ein Oktoberfest weltweit macht, hat jemand eine Lizenz irgendwie dafür bezahlt. Das ist ja hochinteressant. Die machen es einfach. Und das ist, fand ich, das Absurde. Wenn es denn stimmt. Also dahinter setzen wir mal ein ganz großes Fragezeichen. Ey, Dubai geht mir so auf die Nerven. Also wirklich, also Dubai, das ist genauso wie das. Widerlich wie Las Vegas, ganz ehrlich. Das Unechte geht mir langsam so auf die Nerven da. Du weißt ja, am Anfang des Podcastes hatte ich ja einmal den Wunsch geäußert, ich möchte irgendwann gerne mal einfach Dubai sehen. Und ich habe jetzt, nachdem wir wirklich in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel über Dubai nochmal intensiv mitbekommen haben, dieser Traum ist sowas von flöten gegangen. Es war auch kein Traum. Es war einfach so ein, ach ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich das gerne mal gucken. Möchte ich jetzt eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr sehen. Ich freue mich lieber darauf, dass man so draußen wieder in einem Garten sitzen kann und dann eine frisch gezapfte Cola im Biergarten trinkt oder du einen frisch gezapften Sekt. Ja, ich bin ja auch so eine Weinchentrinkerin. Ja, die Gastronomie hat wieder auch. Ach ja, und du, ich war gestern tatsächlich zum allerersten Mal seit Monaten im Rauschgold. Ja. Das ist ja meine Lieblingsstammkneipe. Ja. Und das war toll. Hast du es genossen? Ja, na, ich habe dann, Klausi war mit dabei und ich habe erstmal halt ein Bier und einen Schnaps bestellt. Das ist immer so das Getränk, was wir da trinken. Und das hat sich ein bisschen angefühlt wie vor dem Lockdown. Ja, wir werden eines Tages diese Rubrik noch umbenennen können in nach Corona geöffnet. Ja, genau. Nach Corona geöffnet. So, aber nun jetzt, ich bin ja, du weißt, ich habe ja Angst, dass das wieder alles schlimmer wird. Ja. Ich lebe ja seit Monaten in Angst. Jetzt erzähl doch mal, weil du hast ein paar Infos zu diesen Varianten, wo ich immer nicht genau weiß. Nicht zu allen Varianten, weil es gibt ja mittlerweile tausende Varianten. Ja, aber es gibt ja natürlich so diese Variante, die jetzt die indische Variante, die B.1.6.1.7 heißt sie. Und die scheint wohl ansteckender zu sein als die britische Variante, die B.1.1.7. Allerdings gibt es erste Anzeichen dafür, dass sie wohl harmloser verläuft. Ja, ja, okay. Was besser ist, sie ist immer noch nicht harmlos, ne, harmloser bedeutet doch nicht harmlos, aber sie scheint wohl harmloser zu sein. Das ist natürlich noch nicht fundiert, dazu weiß man noch nicht genügend. Und ich meine, in Indien sind auch genügend Leute gestorben, das muss man auch mal, da sterben ja tausende. Ja, ich meine, da leben ja auch über eine Milliarde Menschenleben. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob 1,1, 1,2 Milliarden. Es ist das zweitgrößte Land, was die Bevölkerung angeht, nach China. Und die sind ja auch schon ganz weit vorne mit dabei. Also jedenfalls wäre das eine, naja, ich kann nicht sagen, ob das eine schönere Entwicklung ist, weil wenn es ansteckender ist, sterben natürlich dann doch, weil es sich stärker verbreitet, auch wiederum viele Leute. Ach, also schön ist das ganze Ding einfach mal nicht, das kann man auch mal sagen. Aber die Charité, die Charité, die Charité, die Charité, die Charité hat jetzt eine Antikörpertherapie entwickelt. Die gibt es bisher auch nur in der Charité, dort als Test. Scheint aber gut anzuschlagen, da werden Corona-Positiven in einem sehr, sehr frühen Stadium Antikörper bereits verabreicht. Und das sorgt für einen deutlich geringeren Verlauf. Und zu 70 Prozent landen sie dort zu einer, wie heißt es nochmal, die Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation zu landen ist 70 Prozent geringer. Genau. Also das heißt, es ist eine Behandlung für bereits Corona-Infizierte, dass sie einen leichteren Verlauf erleben können, obwohl sie eigentlich Risikopatienten wären. Gut, Mario, ich habe jetzt gar nicht abgeschaltet. Ich habe denen gerade nicht zugehört, fällt mir auf. Okay, dann habe ich noch was Trauriges mit Corinna. Noch was? Ja, John Davis ist gestorben. Wer ist das? John Davis war der Sänger von Milli Vanilli. Der echte Sänger oder der Blümensänger? Das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Als in die Nachricht reinkam, Sänger von Milli Vanilli gestorben, musste ich als erstes denken, Moment mal, die hat einen Sänger? Das war doch als Plagiat dort. Nein, es scheint der echte Sänger zu sein im Alter von 66. Also ist jetzt wirklich noch nicht so ein Alter. Das ist eigentlich dann schon, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Pass auf. Ja. Mein Therapeut hat gesagt. Ja. Jurassicas Therapeut sagt. Mein Therapeut hat nämlich gesagt, liebe Margot, liebe Grüße, falls er mich hören sollte, dass er gehört hat von vielen Freunden, Bekannten, die Beziehungen zu Medien haben, Presse haben und so, dass bewusst News zurückgehalten werden von vielen berühmten Menschen, die nicht an Corona gestorben sind, sondern sich wegen Corona selbst getötet haben, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnten. Und dass diese News zurückgehalten werden, damit die kein Vorbild sind für andere Menschen, denen es gerade schlecht geht im Lockdown und so. Und das finde ich, das finde ich gruselig. Gruselig. Also in Deutschland gilt eigentlich in der Presse ohnehin der Konsens, dass über eine Selbsttötung nicht geschrieben wird. Also es wird, dass derjenige schon gestorben ist, ja, aber über Selbsttötung, bei Suizid wird nicht geschrieben. Mittlerweile bricht so ein bisschen der Damm, was das Thema. Natürlich wird darüber geschrieben. Was das Thema Depression angeht. Ja, ja, ja. Weil Depression darüber, um das Krankheitsbild zu transportieren, da geht es dann darum, wenn Leute depressiv sind, dass dann schon erwähnt wird, dass das halt im Rahmen eines, dass es ein Suizid im Rahmen einer Depression war. Darüber wird dann geschrieben, das ist damals bei dem Fußballspieler passiert, das ist damals bei Robin Williams. Robin Williams. Rex Gildo, war das Depression bei ihm? Ich denke, der hat kein schönes Leben gehabt. Nein, das war, ja. Egal. Aber in solchen Fällen wird dann schon darüber gesprochen, dass es ein Suizid war. Ansonsten wird Suizid eigentlich nicht thematisiert in der deutschen Presse-Landschaft. Es geht meistens um Depressionen, gerade in Covid-19-Zeiten sind viele Menschen leider sehr depressiv. Wie dem auch sei, aber das fand ich spannend. Margot, komm, lass uns jetzt mal was Seichtes besprechen. Aber bitte doch. Bett. Es geht bald wieder los. Wir proben und wir drehen. Wir spielen demnächst ab Juli ein neues Stück. Ja, die Golden Gemilfs. Die Golden Gemilfs. Die dritte Episode. Oh, Termine nennen wir euch nachher nochmal genau. Da mache ich euch ein bisschen neugierig. Es gibt schon Karten zu kaufen. Und bei unserem Gemilfs-Dreh, den wir hatten, hat mich Jessica wieder mit einer schönen kleinen Überraschung beglückt. Margot, bitte. Du hattest nämlich schon wieder einen Weihnachtsschlüpfer an. Ich weiß gar nicht, warum dich das so triggert, dass ich Weihnachtsschlüpfer anhabe. Ich finde es einfach so herrlich absurd. Also ich habe tatsächlich meine Mutter. Meine Mutter kauft immer gerne. Meine Mutter ist wirklich eine absolut passionierte Aldi-Einkäuferin. Die haben sogar meine Eltern ihren festen Tag in der Woche, wo sie zur Aldi gehen. Und dann auch mit dem Sonderangebotsheftchen und die Non-Food-Sachen, die gerade neu im Programm sind, damit sie dann auch die Sachen gleich bekommen, diese halt da. Das ist der berühmte Aldi-Tag. Hast du dir das gerade ausgedacht oder sagt man das wirklich so? Nein, ich habe mir gerade ausgedacht. Ich trinke Schlüppchen. Ja, ja, ich muss auch mal kurz... Der war sehr schlimm, ja. Und meine Mutter kauft halt gerne, weil sie halt immer sagt, ihr Junge braucht halt Unterwäsche. Dann kauft sie immer so Sechserpacks mit so Unterwäschern, so Boxershorts, also so enge Boxershorts. Und gerne gibt es wohl diese Sechserpacks zu Weihnachten. Und zu Weihnachten bekomme ich halt immer Weihnachtsunterhosen. Und auf den aktuellen ist halt vorne da, wo der Penis sich befindet, da ist halt so ein kleiner Weihnachtsmann vorne drauf. Ja, ich weiß. So weißt du es. Ja, man sieht das halt immer wieder. Ja, also man sieht ja auch in so Backstages verschiedene Unterwäschen. Man weiß ja auch so, aha, guck einer mal an, hätte gar nicht gedacht, dass du Boxershorts trägst. Ach, du trägst einen engen Slip, ist aber gewagt bei dem Inhalt, da hängt die Hälfte heraus. Man sieht ja alles dort. Und es sind halt so Backstage-Geschichten. Und die meisten, davon würde ich niemals öffentlich erzählen, aber diese Weihnachtsunterhöschen, die finde ich halt irgendwie so herrlich absurd. Margot, weil das kenne ich ja von mir auch so gar nicht. Was? Weihnachtsunterhöschen. Ich glaube, die letzten Weihnachtsunterhöschen habe ich getragen, da war ich acht. Also Margot, ich muss dir dazu sagen, das ist wirklich, Klaus schafft das auch nicht, das mir auszutreiben. Weil mir ist Unterwäsche wirklich ziemlich egal. Und ich trage einfach, egal was, Hauptsache es bleibt alles in seinem Platz und ich habe keinen Krokantstreifen in der Hose. Also weißt du, dafür sind ja Unterhosen auch notwendig. Und deshalb, mir ist es wirklich egal, was da drauf ist. Krokantstreifen. Das hat meine Oma immer gesagt. Kennst du das noch nicht? Nein, noch nicht. Krokantstreifen. Ja, und jetzt haben wir auch die Krokantstreifen. Passt ja auch ein bisschen zu Weihnachten. Eben, ja. Haben wir das ja auch nochmal erledigt. Dann wollte ich dir noch erzählen, und zwar, ich hatte ja nicht nur mit dir gedreht, ich habe ja auch für den Queen's Day in Potsdam gedreht. Der Queen's Day feiert nämlich nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ich wurde dann eingeladen, zu einem Gespräch über diese 20 Jahre halt auch zu reden, was ich ja fast von Anfang an miterlebt habe. Und das Ganze stand dann unter der Überschrift Zeitzeugenengespräch. Margot, mich amüsiert das sehr stark. Ja, ich dachte, dass sich das stark amüsiert, weil dann denkst du echt, boah. Du kannst bald so durch Grundschulen tingeln, so im Sozialkundenunterricht. Und dann rede ich vom ersten Queen's Day damals. Erklär kurz unseren Zuhörlingen, was der Queen's Day ist. Achso, ja natürlich, der Queen's Day ist etwas wie der CSD in Potsdam. Man kann das nicht ganz so vergleichen. Es ist ein Straßenfest, ein Event mit Kulturprogrammen, mit ein paar Ständen, Infoständen, queeres Leben in Potsdam. Potsdam hat ja das große Problem, dass es so ein bisschen im starken Einzugsgebiet von Berlin ist. Und es schwierig ist, dort queere Institutionen in Potsdam selber zu etablieren. Und da gibt es diesen Queen's Day, anstatt halt einen großen Demozug durch die Straßen zu machen. Dort gibt es dieses schöne Ding, findet im holländischen Viertel statt. Margot, du solltest das kurz erklären lassen. Und deshalb Queen's Day, Waldholland ist. Und genau, das Ganze hat also noch einen holländischen Einschlag. Und das macht das Ganze zu einem kleinen Festival. Danke, Margot, für diese sehr ausführliche Antwort. Das war kurz. Ich kann dir gerne das nächste Mal die lange noch aufschreiben. Bitte. So, jetzt erzähl mir endlich von einem fickenden Tauben. Ja, warte. Ich habe letztens aus der Küche rausgeguckt und sah dort in dem Baum halt zwei Turteltäubchen. Und die sich dann auch wirklich gegenseitig bestiegen haben. Das sehe ich auch oft übrigens, ja. Und dann sagte David, aber sag mal, das sind doch von der Musterung, von der Federung, das sind doch zwei Männchen. Wie sehen denn die Männchen anders aus? Das musst du mich fragen. David hat gesagt, an einem Ring am Hals, glaube ich, und sowas erkennt man das. Ja, das kann sein, ja. Die haben halt alle schon ihr Halsband um. Das sind halt Fetischtauben. Und die haben sich gegenseitig bestiegen, reihenweise. Ich habe dann auch ein Foto davon machen wollten, aber in dem Augenblick haben sie dann aufgehört, sich zu besteigen. Ich habe also im Hof fickende Tauben und schwul fickende Tauben. Das gibt es ja nicht. Das Lustige ist ja, unser Haus ist ja sehr homosexuell. Ja, das weiß ich mal. Mein Nachbar nebenan ist homosexuell. Über mir wohnt eine Lesbe. Auf der anderen Seite wohnt darüber noch ein Homopärchen. Darüber wohnt noch ein Homosexueller. Unten ist eine WG. Die ballern alles weg. Ich glaube, denen ist das Geschlecht völlig egal. Hier ist also wirklich sehr viel Homosexualität. Das ist ja bei mir im Haus ganz anders. Aber tatsächlich haben wir jetzt seit ein paar Wochen die ersten schwulen Nachbarn. Und zwar bei mir wurde das Dachgeschoss nebenan auch ausgebaut. Und da zog er jetzt ein schwules Paar rein. Wir haben uns auch dann sofort von Balkon zu Balkon halt so begrüßt. Und da war sofort klar, das sind Schwestern. Seit wann hast du einen Balkon? Von Badezimmerfenster zu deren Balkon. Ich wollte es jetzt nicht so ausführlich. Und ich frage nur. Ja, du hast ja recht, Margot. Aber das wissen doch unsere Zuhörenden gar nicht, dass ich keinen Balkon habe. Also von deiner Dachterrasse aus. Genau. Und das fand ich lustig. Und das muss ja auch nochmal ein Lob an meinen Hausverwalter aussprechen. Weil der hat irgendwie ein Faible für alternative Lebensmodelle. Großartig. Und das finde ich großartig. Weil es ist auch ein älterer Mann schon. Und das finde ich toll. Ich liebe diesen Vermieter. Ich habe so ein Glück mit meinem Vermieter. Das ist wirklich großartig. Ja. Und der ist auch toll. Und der nimmt auch keinen überteuerten Mieten. Was man ja auch in Berlin einfach mal sagen muss. Ja. Nee, das darf er natürlich sagen. Dann tatsächlich habe ich natürlich sofort gefragt, was die bezahlen. Deren Wohnungen. Weil die waren dann zum ESC gucken bei uns nämlich auch. Ach so. Da habe ich gefragt, was die denn. Die haben 10, 15 Quadratmeter mehr Grundfläche zahlen als Doppelte, was sie bezahlen. Ihr habt ja schon einen alten Mietvertrag. Wahrscheinlich. Ja. Krass. Na gut. Außerdem können sie es sich leisten. Ich meine, es sind zwei Homosexuelle. Die machen nicht Travestie. Und der eine ist Arzt. Ja, also, naja, ja, hallo. Also, ich bitte dich. Was für einen Arzt? Für Inneres. Für Inneres. Im Krankenhaus. Ah, im Krankenhaus. Festangestellt auch noch. Naja, super. Also, ich meine, ich bitte dich. Was willst du da mehr? Und dann noch, apropos Schwule, liebe Margot. Ja. Aber ich habe ja zu deinen schwulen Tauben noch zu sagen. Das ist meine beste Freundin. Die hat immer woanders gewohnt, nicht in Berlin. Und die hatte zwei schwule Wespen auf ihrem Balkon. Ach. Da habe ich sie neulich wieder drauf... Ach. Ich habe sie neulich nochmal gefragt, wie sie das denn erkannt hätte, dass das zwei männliche Wespen sind. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie da der Unterschied ist. Ja. Und sie weiß es auch nicht. Also, ich weiß, vielleicht hat sie es auch sicher rausgedacht. Ich weiß es nicht so genau. Aber das gibt es auch bei Wespen, laut meiner besten Freundin. Ja, gibt es bei Wespen nicht ähnlich wie bei Bienen auch nur die Drohnen, die den Stock eigentlich nicht wirklich verlassen, außer mit der Königin? Ach so. Und ja, aber die Arbeiterwespen sind dann nur weiblich, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin keine Vespologin, ne? Du bist keine Vespologin, ne? Nee, tut mir leid. Das habe ich nicht gewählt, Mami. Wir bilden uns ja weiter und fort in Sachen Tierreich. Ich habe ja letztens ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich habe meinen alten Schminkkoffer, ich habe einen großen Schminkkoffer gehabt, der war ein bisschen zu klobig. Ich habe den durch einen neuen, kleineren Schminkkoffer ersetzt, habe alles umgeräumt. Und den alten Schminkkoffer, der ist halt noch zu gut, den kann man mal weitergeben, an eine Jungtranse zum Beispiel. Bin in meine Kamera rein und wollte diesen oben auf den Hochboden in der Kamera stecken. Dabei fiel plötzlich seitlich aus dem Regal eine Tasche mit Bingo-Preisen so ein bisschen auf mich drauf. Ja. Ich habe natürlich sofort die Reaktion, wollte die hochdrücken wieder. In dem Augenblick fiel etwas aus der Tasche rauf, auf meinen Kopf, bewegte sich. Ich hätte geschrien vor Angst. Und sprang wieder weg. Und ich dachte, oh Gott, was war das? Das ist ja Horror. Und dann bin ich erst mal raus, dachte, okay, was war das jetzt? Was war das jetzt? Habe wieder die Tür aufgemacht, durchgelugt und dann sah ich, wie an der Kante zu diesem Hochboden, den ich dort habe, auf einmal so zwei Krallen rüberkam. Und dann stellte ich fest, ich habe in meiner Kammer ein Eichhörnchen. Aber ein, also ein erwachsenes Eichhörnchen? Ein erwachsenes Eichhörnchen in meiner Kammer? Das ist ja hochinteressant. Ja, und dann, okay, gut. Das Eichhörnchen ist offensichtlich durch ein schmales Kippfenster oben reingekommen. Das wäre meine Frage gewesen. Und wahrscheinlich, dachte ich sofort, wahrscheinlich findet es nicht so ohne weiteres wieder raus. Ich habe das Kippfenster immer auf, weil wir haben ansonsten ein Feuchtigkeitsproblem in der Kammer. Das ist Altbau, Eck, Wand, schlimm einfach. Deswegen muss Fenster auf sein. Also bin ich ran ans Fenster, habe dann unten zwei, drei Sachen, die ich vor dem Fenster gelagert habe, weil ich nutze das als Regal eigentlich, habe ich rausgenommen und nahm dann unter anderem einen Lampenschirm, den ich immer zum Austauschen von meiner Ruf-und-An-Stehlampe seitlich habe, ansonsten für private Zeiten, nahm den Lampenschirm hoch und auf einmal sah ich da unten drunter unterhalb dieses Lampenschirms ist ein Eichhörnchen-Kogel. Was ist denn ein Kogel? Ein Eichhörnchen-Nest. Ach, das heißt Kogel? Das heißt Kogel. Wusstest du das schon vorher oder hast du das extra, um schlau zu wirken, recherchiert, dass das Kogel heißt? Das wurde mir dann gesagt. Ach, süß da, okay. Und dann stellte ich fest, da sind Jungtiere drin. Das ist ja süß, sind die immer noch da? Also dann habe ich sofort unseren guten Freund Frank Wilde kontaktiert. Ach, das stimmt, der ist ein Eichhörnchen-Spitzender. Das ist ja der Eichhörnchen-Flüsterer schlechthin. Und gefragt, was soll ich machen? Und zwar nicht im Sinne von, soll ich jetzt am besten mit einer Tröte dort rein, Alarm schlagen, dass die rausgehen, sondern Eichhörnchen stehen ins Naturschutz. Und wenn die sich da meine Kammer jetzt ausgesucht haben, um zu nisten, um ihren Nachwuchs groß zu ziehen, ist ein schönes Spielzimmer für die Eichhörnchen, haben die Spaß. Was kann ich tun? Und er hat gesagt, also erstmal durch das Kippfenster, die sind reingekommen, die finden da wieder raus, da soll ich mir gar keine Gedanken machen, das passiert schon. Und ansonsten einfach frisch das Wasser hinstellen, ein paar Nüsse hinstellen. Also Walnüsse hat er mir zum Beispiel empfohlen, ein paar andere Sachen hat er noch aufgeschrieben. Das habe ich gemacht, habe ich hingestellt. Und jetzt war ich einen Tag später nochmal drin, habe geguckt, hat sich nichts getan. Okay, gut. Und habe ich jetzt später nochmal nachgeguckt. Heute nehme ich nachgeguckt und auf einmal war diese Schale mit den Nüssen, war auf einmal, ich habe ja alles so schön ordentlich an eine Ecke von der Schale geschoben, dass ich sehe, wenn das Eichhörnchen dran ist, dann fliegen die Nüsse durcheinander. Die Nüsse waren durcheinander. Das heißt, das Eichhörnchen ist immer noch drin. Die Nüsse waren durcheinander. Die Nüsse waren durcheinander. Der Kogel allerdings, oder das Kogel, weiß nicht, das war leer. Allerdings Eichhörnchen bauen immer mehrere Kogel. Ist auch geschadet. Ja, für den Fall, dass mal irgendwas los ist, ziehen die nämlich ganz, ganz schnell mit ihren Jungtieren um. Und jetzt habe ich einfach die Befürchtung oder Ahnung, dass die sich oben auf dem Hochbett noch einen zweiten Kogel reingerichtet haben und in demnächst sitzt er da weiter. Wie auf deinem Hochbett hier? Nee, nicht Hochbett hier bei mir, sondern Hochboden neben der Kammer, da habe ich nochmal so ein... Ach so, aber das wird es sein. Ich meine, die scheißen dir ja alles voll. Nee, das ist ganz kleine Kacker, die den machen. Ich habe die schon gesehen. Kleine Kacker. Kleine Kacker machen. Ja, ist jetzt für die nächsten vier Monate, ist die Kammer tabu. Das ist ja wirklich, also was es alles gibt, ist ja hochinteressant. Also ich tausche jetzt nur ab und zu das Wasser und die Nüsse aus und dann ist das Ganze durch, genau. Mensch Margaret, da hast du also jetzt noch ein anderes bizarres Haustier, neben deiner Schildkröte hast du jetzt auch noch Eichhörnchen. Kannst du nicht einfach eine Katze anschaffen, wie normale Menschen auch? Ja, aber jetzt weißt du, warum du heute hier 15 Euro Eintritt zahlen musstest. Ach so, das ist fast wie ein Tierpark hier, ja stimmt. Das ist ein bisschen wie ein Tierpark, genau so sieht es aus. Eine schöne Geschichte zum Abschluss, ich glaube, mit der kommen wir alle gut in den, was haben wir, Juno jetzt. Juni, ja stimmt. Juni jetzt hinein, ach Mensch, guck mal an. Ja Mensch, hast du denn jetzt im Juno ein paar Termine, von denen du uns erzählen möchtest? Ja, also tatsächlich, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ich mit der Paillette geht immer, die aller, allerletzte reine Streaming-Show haben werde, weil das BKA-Theater... Yay, du hörst auf. Nein, die Nummer Gott das nicht, aber das BKA-Theater öffnet am 5.7. seine Pforten, so. Und das ist noch viel, viel besser. Das ist großartig und deshalb am 26.06. das letzte Mal, Paillette geht immer als reine, als reine Streaming. Und danach wird es die Paillette natürlich weitergeben und es wird sie auch weiterhin als Streaming geben. Ich denke aber mal nicht mehr alle Pailletten, weil ich habe auch wirklich Bock, Margot. Und das ist Corona geschuldet. Ich möchte endlich mal wieder eine Show machen, die nicht für ewig im Internet bleibt, wo ich einfach auch wieder so richtig böse Sachen sagen kann, wie schlimme Ausdrücke und so. Weil das hat mir ja Google immer alles dann auch dann zensiert und so und das nervt halt auch wirklich. Theater ist Leben für den Moment und nicht für die Ewigkeit. Und genau so muss es auch konsumiert werden und gedacht werden. Ja, aber natürlich haben sich schon ganz viele beschwert, dass sie mich aus Deutschland jetzt kennengelernt haben und ich dann nicht mehr streame so, aber ich werde auch noch weiter streamen. Super, also du hast das Angebot sowohl digital als auch noch vor Ort live, das ist super. Aber das ist wann das nächste Mal am Abend? Ende 20.06. Ende Juni jetzt tatsächlich. Mensch, das kann ich leider nicht gucken, weil ich stehe zeitgleich nämlich in Magdeburg auf einer Open-Air-Bühne draußen. Na sag mal. Ja, organisiert von der Grünen Zitadelle. Die haben dort eine Open-Air-Bühne und da habe ich gemeinsam mit Julian F.M. Stöckel, Michaela Schäfer und Cindy Berger, bekannt aus Cindy und Bert. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ja, Margot. Mit der stehe ich dann dort gemeinsam auf der Bühne, wir lieben das Ganze, das heißt Wettenspaß und wir haben dort ein lustiges Talk- und Spieleformat. Und dann spielen wir die Golden Gmills im Juli. Im Juli, ab dem 7. Juli. Und dann drei Wochen. Drei Wochen. Die Termine stehen auf der BKA-Webseite und auch auf meiner Webseite, jorissikaparka.com. Wir haben eine Premierenwoche, dann haben wir eine Woche Pause und dann spielen wir nochmal zwei Wochen. Genau. Du stehst zumindest in meinem Kalender drin, sag jetzt nichts Falsches, weil ich habe sonst andere Bookings schon inzwischen. Dann machst du mich nicht fertig. Wann ist denn der nächste Podcast? Der kommt natürlich noch vor der BKA-Show raus und zwar am 30. Juni. Ja. Das ist drei Tage nach meinem Geburtstag. Du wirst mir anständig zum Geburtstag gratulieren. Ja, ich habe so ein ganz tolles Gleitgel, Margot, das ich dir unbedingt mal vorstellen möchte. Aber nur mit so einem schönen Weihnachtsaroma. Das Weihnachtsaroma und eine Weihnachtsunterhose bekommst du auch noch von mir. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Das liebe ich. Und dann wäre es halt auch schön, wenn du dich dann auch passend geburtstaglich schminken würdest. Nicht so wie heute. Entschuldigung, es ist heute mein Festtagsgesicht. Ach, das ist so ein Festtagsgüblich. Das ist mein Eiderhobbit-Gesicht heute. Ach so, verstehst du. Ja, habe ich mir richtig schön geschminkt. Sag mal. Brückelt. Das war ein anstrengender Eiderhobbit, natürlich. Aber du bist schön geschminkt heute. Ich weiß. Ich halte sehr, sehr jung und jugendlich, aber vor allen Dingen auch schlank aus. Ja, ich. Margot, ich weiß gar nicht. Mit so viel Lob kann ich gar nicht umgehen jetzt gerade. Margot. Du nicht. Dann war es schön mit dir. Nein, wir müssen noch sagen, wo man uns folgen soll. Ja, sag doch mal. Genau, also bitte folgt uns auf Facebook, Instagram, auf unseren Telegram-Kanälen oder die bei Clubhouse. Die Jurassic kann nicht, die ist dann nicht so. Hast du noch irgendwas, wo man dir folgen kann? Ja, ja, also ganz wichtig ist YouTube auch natürlich. YouTube, natürlich. Alles unter dem Namen Jurassicaparker. Ihr findet mich überall. So, und jetzt bewundern wir das Gegenteil nochmal ganz kurz für unser wunderbares Make-up. Wunderschön geschminkt, Margot. Also wow. Schön und attraktiv. Ja, und du so bunt und paradiesvoll. Mensch, ich liebe die Federn bei dir anstatt der Wimpern. Das sieht einfach mal großartig aus. Ein bisschen ausgeflippt heute. Alles in dieser geschminkte Herbst. Ach, der ist echt. Ich bin geschminkt auch. Geschminkt halt. Das war's mit dem Podcast von Jurassic und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.